Ich erahne mal aus der Schilderung, dass aus einem zweistündigen dienstlichen Treffen ein langer Abend geworden ist, dass Steffen Kammer und Thomas Eichsäger unter dessen Ähnliches festgestellt haben, bei einem Wirtschaftsminister im Hintergrund. Ich bin fest davon überzeugt, dass all diese Projekte als Voraussetzung haben, dass Menschen sich miteinander verstehen, dass Menschen miteinander eine Vertrauensbasis schaffen und auf der bauen sie dann Geschäftsmodelle oder Planungen oder was auch immer an der Stelle, wie jetzt hier für die Region an der Stelle auf. Aber erst mal muss ein persönlicher Draht an der Stelle da sein. Und ich sage mal, dieses Projekt und das, was hier heute Morgen auf den Weg gebracht werden soll, kriegt sozusagen den Segen eines Physikers und eines Chemikers, die auf die Art und Weise schon erst mal in den Naturwissenschaften und mit ihren Hochschulvergangenheit eine gemeinsame Seelenverwandtschaft haben und dies dann beide in die Politik, in die Wirtschaftsressorts verschlagen hat und das macht einfach Spaß, wenn man auf die Art und Weise auch in verbundenen kollegialer Freundschaft solche Dinge hier begleiten kann und die mit auf den Weg bringen kann. Und das ist ja etwas, was, sage ich mal, man kann über den ganzen Kohleausstieg reden, so viel wie man will. Es hat an der Stelle auch Kolleginnen und Kollegen zusammengebracht. Also wir haben eben gemeinsame Nächte in der berühmt-berüchtigten Kohlekommission kennengelernt. Wir haben die Themen auf der Ostdeutschen Wirtschaftskonferenz verteidigt und wir haben auf die Art und Weise ein Draht zueinander gekriegt und dann ist es toll, wenn man jetzt sozusagen für unsere beiden Bundesländer das auch in gemeinsame Aktivitäten münden kann. Nicht alles auf der Welt in der Wirtschaftspolitik sind die An-Siedlung. Es geht auch um die kleinen Schritte und die vereinen in einer verträglichen Form, so dass sie zu einer Win-Win-Situation für den ländlichen Raum werden. Ein ländlicher Raum ist für uns an vielen Stellen eine Herausforderung. Wir müssen erstens sehen, dass die Menschen dort bleiben. Damit sie dort bleiben, muss es dort attraktiv sein. Und es muss hinsichtlich Arbeitsplätzen und Ähnlichem aber in einer Weise dort attraktiv bleiben, dass nicht ein kompletter Wandel des Charakters sozusagen der Region stattfindet. Dafür gibt es unterdessen berätigte Beispiele und da muss man schon sagen, dass das ganze Thema digitale Infrastruktur neue Möglichkeiten geboten hat. Und ich weiß, dass Herr Hamann, glaube ich, heute Morgen hier mit in der Scheite ist, der Bürgermeister von Wittenberge, einer meiner Lieblingsbürgermeister, weil ich habe selten einen so engagierten Bürgermeister erlebt, der mit seinem Bereich dort im Bereich Coworking Space, zusammen mit dem dortigen Bahnhofsgebäude und ähnlichen Dingen auf den Weg gebracht hat, die wir heute gerne als Vorzeigeprojekte vor uns hertragen. Und Bad Belsich gehört in gleicher Art und Weise dazu. Und wir sehen, dass dafür einfach ein ganz besonderer Akzeptanz auch da ist in einer Welt, wo sich auch für junge Menschen, sage ich mal, dass die Arbeitserwartung auch geändert hat, wo Dinge wie Work-Life-Balance, die würde ich sagen bei Armin und bei mir im Augenblick völlig im Ungleichgewicht an der Stelle stehen, von jungen Menschen viel stärker nachgefragt wird. Und was mit diesen mobilen, mit diesen flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, wie das in Coworking Spaces und Ähnlichem möglich ist, wo man ganz andere Lebensqualitäten auf die Art und Weise entwickeln kann und wo dann Ländergrenzen keine Rolle spielen sollten, wo sozusagen die Einzugsgebiete dieser Aktivitäten unabhängig von Bundesländergrenzen sein sollten. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen wollen, hier heute Morgen zu demonstrieren. Und die Kokonat-Leute habe ich selber auch mal besucht. Und das ist schon wirklich spannend, sich das da mal anzugucken. Und auch das persönliche Engagement. Und ich habe Daniel Sebastian Menzel gesehen, der kam bei der einen Tourismusveranstaltung, die Kokonat-Leute damals ausgezeichnet haben. Und wo ich damals versprochen habe, das gucke ich mir live an, das habe ich auch eingehalten. Das kann ich nur vielen raten zu tun, weil auf die Art und Weise kriegt man auch Ideen, wie man das ausfüllen kann, was jetzt unsere beiden Wirtschaftsförderungsgesellschaften auf den Weg bringen wollen. Insofern ist mir nicht bange um unsere ländlichen Räume in diesem schwesterlichen Bereich, sozusagen der beiden Bundesländer links und rechts der Elbe. Und ich wünsche diesem Projekt und seinen Aktivitäten einfach auch als Lüge und viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, Herr Kamrad, Herr Heinzfelder, lieber Jörg Steinbach, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie mich eingeladen haben, nachdem Jörg Steinbach schon nicht nur über unsere gemeinsame Vergangenheit jenseits der Politik berichtet hat, sondern auch schon die wesentlichen Überlegungen, die einen Wirtschaftsminister bewegen müssen, wenn er sich mit dem Thema Smart Country rechts und links der Elbe beschäftigt, ausgeführt hat, kann ich es, glaube ich, darauf aufbauend auf zwei Punkte begrenzen. Wir arbeiten, das ist ganz richtig dargestellt worden, wir arbeiten in der Selbstministerkonferenz sehr eng zusammen und es ist natürlich außerordentlich hilfreich, dass die insoweit etwas kleineren Länder, namentlich diejenigen, die in Ostdeutschland belegen sind, versuchen, sich nicht bis aufs Messer zu bekämpfen und bei jeder Ansiedlung den unbegrenzten Konkurrenzkampf durchzuführen. Im Gegenteil, wir haben eine Menge Schnittmengen und wir haben einiges an grenzüberschreitenden Projekten, die man vernünftigerweise auch nur gemeinsam abwickelt. Deshalb begrüße ich sehr, Herr Kamrad, Herr Heinzfelder, dass Sie, aus welcher nächtlichen Laune heraus, das Geborenes Magmal dahinstehen, dass Sie sich jedenfalls gefunden haben und offenbar auch eine weiter eine Zeit miteinander verbringen wollen. Sowas ist immer wichtig und gut. Und ich freue mich, dass das auch und gerade dem ländlichen Raum zugutekommt. Wir haben in Sachsen-Anhalt uns in den letzten Jahren ein Stück weit davon verabschiedet, zu glauben, dass man den ländlichen Raum nur dadurch ertüchtigen kann, dass es endlich gelingt, einen DAX-Konzern dort anzusiedeln, der möglichst seinen Hauptsitz verlegen möge, auf das wir davon im großen Stile profitieren, sondern wir gehen heute davon aus, dass wir eine Mischstruktur brauchen und sehr viel stärker neben dem Versuch der industriellen Ansiedlung auch darauf bauen, dass wir durch Ertüchtigung von smarten Kompetenzen und Verfügbarkeit von Netzen auch und gerade jüngere Unternehmen, Start-ups und ähnliche motivieren, auch die Metropolen zu verlassen und in den ländlichen Raum zu kommen. Da besteht großes Potenzial und wir alle erleben, und das geht Jörg Steinbach und mir wahrscheinlich ganz besonders so, wir alle haben schon erlebt als Hochschullehrer, wie es einen Bewusstseinswandel bei unseren Studierenden gab, ein bisschen weg von der rein merkantilen Orientierung auf das Anfangsgehalt hin zu mehr Möglichkeiten, das Leben und den Beruf unter ein Dach zu bringen. Und wenn man ein Dach sucht, dann kriegt man das im ländlichen Raum bei Ihnen in Brandenburg, genauso wie bei uns in Sachsen-Anhalt recht günstig. Und wenn man dann auch noch in der Lage ist, über erstklassiges Internet zu verfügen, darüber hinaus über Verkehrswege, die es einem erlauben, den ländlichen Raum auch Richtung Metropole zu verlassen, um dort vielleicht das Angebot zu nutzen, was wir im ländlichen Raum gar nicht vorhalten müssen, dann ist das eine gute Mixtur. Und ich erlebe selbst, ich bin vor 20 Jahren aus der Großstadt Rostock in die Kleinstadt Wernigerode gezogen, vom Meer in die Berge, wenn man das so sagen darf, und habe durchaus den ländlichen Raum sehr zu schätzen gelernt, denn auch meine Wiege stand nicht im ländlichen Raum. Also, das ist eine großartige Geschichte. Deshalb treiben Sie das bitte weiter voran. Ich lasse mal all die Kennziffern weg, die ein fleißiges Wirtschaftsministerium uns Ministern aufschreibt, mit dem wir sie beeindrucken sollen. Ausbauzahlen, Erfolge der letzten Jahre, das alles brauchen wir an anderer Stelle, wir in Sachsen-Anhalt, vor allen Dingen am 6. Juni diesen Jahres. Aber wir sind da guten Mutes. Ihnen wünsche ich auch guten Mut für die heutige Veranstaltung. Danke, dass ich einen Moment dabei sein darf. Und mir wird es ähnlich gehen, wahrscheinlich wie Jörg Steinbach. Der Termindruck ist im Moment hoch. Wenn ich dann irgendwann mich abmelde, dann lasse ich mir jedenfalls im Nachgang noch berichten, was bei Ihnen rausgekommen ist. Und Sie finden aus Sachsen-Anhalt die intensivste Unterstützung, die Sie sich denken können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Wellingmann und vielen Dank, Herr Minister Steinbach. Das sind ermutigende Worte, die uns jetzt anspornen für den nächsten großen Schritt. Und ich glaube, Thomas, jetzt dürfen wir Frau Auflenker-Mannter das Wort geben. Genau, richtig. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Kamrad. Sie sagen, es ist ein weiterer großer Schritt und wir wollen das, sage ich mal, was uns verbindet und das, was wir in den vergangenen Monaten in den Regionen schon aufgebaut haben, um einen weiteren Aspekt heute ergänzen. Kooperationsvereinbarungen sind nun keine neue Erfindung, aber ich glaube, wir können sagen, sie werden nicht inflationär gebraucht, sondern immer dann, wenn man wirklich darauf setzt, etwas verbindlicher und systematischer zu machen. Diese Vereinbarung zielt ab auf ein abgestimmtes Handeln, zur Vernetzung, zur Projektgenerierung, vor allen Dingen aber auch zur Vermarktung von Westbrandenburg und dem östlichen Sachsen-Anhalt als digitales Smart Country. Was mir wichtig erscheint, ist ausdrücklich festgehalten, diese Bewegung setzt auf Mitwirkung vieler und ist kein Closed-Shop, sondern ausdrücklich eingeladen sind alle, die sowohl aus den regionalen oder kommunalen Gebietskörperschaften als auch aus der Privatwirtschaft, die sich anschließen möchten, die die Region mit voranbringen möchten. Die Kooperationsvereinbarung, die Sie jetzt schließen wollen, tritt in Kraft mit dem heutigen Tage, mit Ihrer Unterzeichnung und ist zunächst für zwei Jahre angelegt. Und nun, lieber Herr Dr. Kamrad, lieber Herr Einsfelder, würde ich Sie bitten, Ihre Unterschriften zu leisten, auch dieser Formakt muss sein, und die Vereinbarung sozusagen mit einem digitalen Handschlag zu besiegeln, bevor wir dann ganz, ganz viele spannende Projekte hören werden. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Und damit Sie sehen, dass das auch echt ist, was wir hier machen, lasse ich jetzt mein Monitor mal etwas runter. Steffen, ich habe meinen Monitor stehen lassen, aber ich kann es auch bestätigen. Und ich sage mal so, Steffen, vielleicht kriegen wir ja irgendwo den digitalen Handschlag hin. Ich überlege noch weh. Ich freue mich sehr, Steffen, dass Wirtschaftsförderungen kooperieren, das ist ja per se nichts Neues. Aber lieber Steffen, ich wollte an dieser Stelle auch sagen, herzlichen Dank. Das waren immer wieder tolle Gespräche, die wir hatten bis zu diesem Schritt. Mir hat der Spirit immer sehr gefallen und ich freue mich, dass wir da mit euch eine neue Qualität der Zusammenarbeit auch erreichen. Kooperation ist der Schlüssel wirklich auch zum Erfolg. Und ja, wenn wir für zwei Jahre uns hier miteinander auch verbinden, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir in zwei Jahren auch eine Erfolgsbilanz ziehen wollen. Das sollte uns anspornen und kann nur sagen, das Team der IMG freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch. Danke, dass ihr den Schritt mit uns gegangen seid. Ich danke meinerseits ganz herzlich. Das ist der virtuelle Handschlag zurück. Es macht total Spaß. Und jetzt geht es erst richtig los. Kurz für alle anderen. Eine Verlängerungsoption ist selbstverständlich nach zwei Jahren bereits als Möglichkeit eingebaut. Also wir haben gar nicht vor, dann aufzuhören. Wir wollen dann nur überprüfen, ob die Schritte die richtigen waren und wir vielleicht anders weitergehen. Es ist das erste Mal, dass sich eine Kooperationsvereinbarung tatsächlich mit 100 Zeuginnen und Zeugen geschlossen hat. Da kommen wir nicht mehr zurück. Es ist, das sollten Sie wissen, übrigens die erste Kooperationsvereinbarung, die ich kenne zwischen der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Wirtschaftsförderung in Sachsen-Anhalt. Also auch da heute eine große Premiere. Und ich glaube, es ist das schönste Thema, dass wir uns aussuchen konnten, Unterstützung für den ländlichen Raum, für die digitale Community. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank von uns. Jetzt geht es im Fluge weiter. Nach der Kooperationsunterschrift arbeiten wir gleich links und rechts der Elbe in einem, glaube ich, ganz spannenden Set. Und ich begrüße jetzt auch den Bürgermeister von Wittenberger, Oliver Herrmann, der ins erste Set mit hineingeht. Da, wo es mal angefangen hat, unsere Kooperationsgespräche, da wollen wir auch heute fortsetzen. Wir wollen sagen, wo wir herkommen, worauf wir aufbauen. Und die Moderation für dieses Set, die gebe ich jetzt an den Verantwortlichen für die Digitalwirtschaft und Smart Country bei uns in der WFBB. Die gebe ich an Till Mayer. Herr Mayer, Sie haben das Wort. Tilde Mikrofon. Guten Morgen. Das ist sozusagen, wenn man sich selber entmutet und dann nochmal entmutet wird. Entschuldigung dafür. Ja, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben. Ich moderiere im Weiteren mit meiner Kollegin Carla Reckling-Kurz vom Altmerkischen Regionalmarketing und Tourismusverband. Wir wollen da anfangen, wo die ganze Geschichte losgegangen ist, mit dem Summer of Pioneers und dem Digitalsommer Priegnitz in Wittenberge. Herr Dr. Herrmann, wir sind sehr froh, dass Sie Zeit finden konnten und würden Ihnen gerne das Wort geben, damit Sie mal berichten, was in den anderthalb Jahren seit dem letzten, das ist der Sommer 2019 schon gewesen, alles passiert ist. Sie haben das Wort. Ja, ich hoffe, ich bin gut entmutet worden. So ist ja das neue deutsche Wort hier gerade vorgeführt worden. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Gut, ich sehe nicken. Sehr schön. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann bitte Zeichen geben, sonst spricht man so völlig umsonst, das macht auch nicht so richtig Spaß. Ja, vielleicht auch von meiner Seite mehrere Gratulationen kann man eigentlich nur zurückgeben an die beiden Minister und auch die beiden Wirtschaftsförderer. Ich finde es toll, dass so eine Konferenz so auf dem kurzen Wege stattfinden kann, dass man nicht einfach sagt, wir machen jetzt hier mal eine Kooperation, sondern auch andere teilhaben lässt, in die Diskussion einsteigt. Das ist wirklich eine tolle Idee und zeigt, dass wir hier an der Elbe im Vierländereck, auch wenn es jetzt nur zwei Länder sind, auch über die Elbe hinaus gucken und über die Grenzen der jeweiligen Länder hinaus gucken und miteinander kooperieren. Die Altmark wurde schon erwähnt, dass sie auch fahrerfreundliche Region ist. Vielleicht an der Stelle letzte Woche erreichte mich die Nachricht, der Elbe-Radweg ist wieder die Nummer eins in Deutschland. Ich denke, das ist auch ein gutes Signal für jedes Elbe-Valley, egal wo es ist. Und insofern glaube ich, dass wir uns auch hier als Region nicht nur touristisch, sondern eben auch wirtschaftlich und digital gut aufstellen können. Ja, was ist in Wittenberge passiert? Also Herr Dr. Kamrad hat es ja schon gesagt, der Digitalsommer war so ein bisschen der Auftakt, aber nicht der allein, sondern das Projekt Summer of Pioneers, was ja mit Herrn Fischer sehe ich auch gerade, Mensch ohne Brille, mal hier in die Kamera blicken, ganz ungewohnte Ansicht, der dieses Projekt hier nach Wittenberge gebracht hat. Und dann gab es auch noch eine Anregung von Herrn Kralinski, damals in der Staatskanzlei Brandenburg. Und wir haben gesagt, ja, wir machen das mal. Und ich muss sagen, wir sind also nach wie vor begeistert davon, was das eigentlich ausgelöst hat, denn es war einfach, am Anfang ein Projekt von vielen, wo wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal, wie wir viele Projekte probieren. Weil ich denke, nur der probiert und der ausprobiert und versucht, der kann auch irgendwo dann den Erfolg ernten. Und an diesem Projekt war das zu sehen, dass sich das wirklich gelohnt hat. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es diese Wirkung erzielt. Wir haben das gehofft, aber dann, dass es so eine große Wirkung hat, hätten wir nicht gedacht. Wir haben damals einen Coworking-Space im wohl schönsten Ort von Wittenberge eingerichtet, in der alten Ullmühle, einer der schönsten Orte, muss man vorsichtig sein, also ein Coworking-Angebot gemacht. Und ich glaube, der Clou war, dass wir damals gesagt haben, wir verbinden es mit einem Wohnangebot, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, Herr Frederik Fischer hat uns darauf hingewiesen, dass dieser Schritt in eine Stadt im ländlichen Raum für viele, die ihn machen wollen, doch mit auch einigen Ängsten und Risiken und Bedenken verbunden ist. Und diese Hürden runterzunehmen, ich glaube, das war wichtig, in diesem Projekt zu sagen, also ihr könnt ja nicht nur zusammenarbeiten, sondern ihr könnt ja auch ein gutes Wohnangebot nutzen. Und das hatten wir zusammen mit unserer Wohnungsgesellschaft gemacht. Und das hat einigeschlagen. Wir hatten also zahlreiche Bewerbungen, konnten uns das aussuchen, wer nach Wittenberge kommt. Viele von denen sind auch noch da. Ich habe auch in der Videoschalte schon einige gesehen. Auch denen ein herzliches Willkommen. Es ist also nicht so, dass es alle kamen und alle wieder gingen, sondern es war auch ein Austausch. Viele sind noch da, wieder neue sind dazugekommen. Und es hat sich eine gewisse Stetigkeit auch ergeben. Es hat sich auch eine Perspektive ergeben. Das heißt, nach Beendigung des Projektes, was einmal in die Verlängerung gegangen ist, haben wir dann weiterhin ein Coworking Space, nicht mehr an dem Ort, sondern im Technologiezentrum. Wir haben weiterhin auch Menschen, die mit dem Projekt gekommen sind, die wieder andere Menschen motiviert haben, in eine Stadt im ländlichen Raum zu kommen. Wir haben den Stadtsalon Safari mitten in der Stadt, also ein Kulturangebot, was so ein bisschen nach Großstadt riecht und was viele Werke oder auch viele aus der Region als sehr bereichernd auch empfinden. Wir haben die Elblandwerke, die hier als Netzwerk weiterhin auch agieren. Und wir haben vor allen Dingen, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wir haben sowohl nach innen wie nach außen eine andere Wahrnehmung bekommen. Wir hatten durchaus schon die Furcht, dass dieses Projekt von vielen Wittenbergern skeptisch gesehen wird. Wir hatten vor zehn Jahren, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, auch eine Sozialstudie hier. Da ging es darum, was aus Wittenberge, so Stadt im ländlichen Raum, nach der Wende so passiert. Und das war eher ein Negativ besetzt. Und wir hatten schon Furcht, dass die Bevölkerung die Neuen aus der Großstadt nicht willkommen heißt, es war genau andersrum, war ein sehr offenes Willkommen, es war eine sehr gute Kommunikation, sodass man auch sagen muss, die Stadt im ländlichen Raum war auch bereit für so einen Wandel. Und das wird von der Bevölkerung als sehr positiv wahrgenommen, als Bereicherung auch des städtischen Lebens im ländlichen Raum, was ja nicht nur mit digital an sich zu tun hat, sondern auch mit einer Lebenskultur. Und nach außen sowieso, also ich kann die Anzahl der medialen Darstellungen von BBC bis Bayerischen Rundfunk, wir waren auch in Baden-Württemberg, also in zahlreichen Medien immer wieder, gerade jüngst wurde mir wieder ein Artikel neu zugeschickt. Also das ist schon beachtlich, was an medialer Aufmerksamkeit aus dieser Aktion auch tatsächlich geworden ist. Sicherlich waren wir gerade möglicherweise richtig an dem richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit, im richtigen Trend, was natürlich das begünstigt hat. Und während vor zehn Jahren oder 15 Jahren es so war, dass Wittenberge häufig berichtet wurde, wenn man mal wieder eine Stadt brauchte, wo nach der Wende möglichst viel schief gegangen ist und besonders ärgerlich, wenn dann solche Artikel mit Bildern aus den Anfang der 90er Jahre agieren, sind wir jetzt eher, wenn Wittenberge aufgerufen wird, auch stehen wir für solche Pilotprojekte. Und das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Ich denke auch, dass das Teil von Dingen ist, die von Prozessen ist, die durch die Corona-Krise auch noch mal beschleunigt worden ist. Da geht es um Innenstadt, wie Innenstadt neu belebt werden kann mit anderen Angeboten als der klassische Einzelhandel, wie das Kaufverhalten sich entwickelt. Also Online-Handel ist nochmal das Stichwort. Ich sehe da nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, weil früher war ein wichtiger Wegzugsgrund die Einkaufsmöglichkeiten in der Region. Und der Online-Handel bringt das Kaufhaus in den ländlichen Raum. Und da fällt ein wesentlicher Wegzugsgrund weg, auch wenn man natürlich sagen muss, dass der stationäre Handel, wenn er qualitativ gut ist, auch so eine Chance ist. Ich will bloß sagen, dass es eben nicht nur Risiken gibt aus Trends, sondern auch Chancen, an denen man anknüpfen kann. Mit Blick auf die Zukunft, Herr Steinbach, ich habe ja den Ritterschlag vorhin verstanden als Lieblingsbürgermeister des Wirtschaftsministers. Das ehrt mich sehr. Das freut mich auch. Aber natürlich geht der Wunsch auch zurück. Damit das auch so bleibt, brauchen wir noch ein bisschen was. Und das eine ist das Digitale, sicherlich die digitale Infrastruktur, die muss natürlich stehen, damit eine Stadt im ländlichen Raum auch bei solchen Projekten agieren kann. Und das Zweite ist das analoge. Also die analogen Infrastrukturen darf man dabei nicht vergessen. Und da ist häufig die Frage, wie schaffen wir die entsprechende Lebensqualität im ländlichen Raum? Wie können wir also von Stadtumbau angefangen bis zu touristischen Projekten, bis eben dazu, wie sieht die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur aus? Können wir eine Menge nur gemeinsam bewegen? Und für Wittenberge ist das Stichwort der Deutschland-Takt. Denn viele Coworker aus den Großstädten haben gesagt, das ist sehr schön bei euch, die Natur ist super, aber die Anbindung ist eigentlich der Clou, der Wittenberge auch und den Raum drumherum hervorhebt. Und ich denke, das strahlt ja auch bis weit in Sachsen-Anhalt aus, dass wir hier diesen stündlichen ICE-Takt oder IC-Takt, also Fernzug-Takt, tatsächlich brauchen, der meines Wissens auch einen ganz guten Weg ist. Aber ich glaube, da gibt es dann immer wieder mal Kniffligkeiten, wo man auch als Wirtschaftsminister noch mal mit drücken kann, dass es dann auch so wird, wie das so zurzeit verkündet wird. Dann denke ich, haben Städte im ländlichen Raum oder der gesamte ländlichen Raum eine sehr gute Chance, mit solchen Projekten auf neuen Achsen, wie es Herr Dr. Kammerer so schön beschrieben hat, dann auch wirklich zu punkten. Ja, vielleicht zu viel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Block soll ja 20 Minuten sein. Er will der Bürgermeister nicht ganz alleine machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Also neben der Berichterstattung, die damals wirklich exzellent war, von der Usedom-Zeitung bis nach Magdeburg, Hannover, Sie waren mit dem Summer of Pioneers ganz oben bei Spiegel Online. Das ist eine Tatsache, da bezahlen andere Agenturen sehr viel Geld, damit das mal ins Bereich des Möglichen kommt. Aber das ist passiert. Es ist ja das Erstaunliche gewesen, dass sehr viele Pioniere weiterhin in Wittenberge geblieben sind oder der Region verbunden geblieben sind, geschäftlich in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und aus diesen Pionieren sind eben die Elblandwerker geworden. Ganz aktuell jetzt auch im Februar mit einer Webseite an die Öffentlichkeit getreten. Und ich freue mich sehr, dass Kata Olszewska ja heute hier ist und uns etwas zu den Elblandwerkern erzählen kann. Ja, bitte. Was sind denn die Elblandwerker? Vielen Dank, dass wir heute als Elblandwerker bei dem Torn-Event dabei sein dürfen. Und wer sind die Elblandwerker? Also wir nennen uns ganz klar als Alternative für Arbeit, Leben und Wandel in der Prignitz, aber eigentlich auch darüber hinaus. Und wie Sie jetzt gesagt haben, im Februar sind wir offiziell gestartet mit einer Webseite. Und wir sind jetzt eigentlich schon mehr, fast 50 Leute zusammen. 30 davon sind jetzt auf der Webseite auch mit einem Profil zu sehen. Das kann man unter elblandwerker.de-köpfer sehen. Und wenn man sich die Profile der Menschen anguckt, dann kann man schon sagen, es gibt drei Gruppen darunter. Die erste, ganz große, ist die, über die wir heute schon gesprochen haben. Es sind Freelancer, Selbstständige, Digitalarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen, aus Design, Marketing, Journalismus, Fotografie, Film. Aber zweite wichtige Gruppe sind die regionalen Produzenten und Unternehmer hier aus der Region. Also wir haben hier den Kaffee- und Teehaus aus Wittenberge, Nosta, wir haben Gastronomen zusammen. Und die dritte Gruppe, was auch nicht zu vergessen ist, wir haben Leute hier aus der Region, die ganz klassisch angestellt hier arbeiten. Unter anderem bei der Deutschen Bahn, beim Berufs- und Bildungszentrum von der Prignitz oder aus dem Landkreis, oder im Landkreis Prignitz. Deswegen, ich wollte nur damit erstmal auch sagen, dass die Elblandwerker sind nicht nur die Digitalarbeiter, die man vielleicht am Anfang erstmal nach Wittenberge gelockt hat mit Summer of Pioneers. Es ist jetzt weit darüber hinaus gewachsen, also die Gruppe an Menschen, die wir verbinden. Und man kann sagen, die meisten wohnen in Wittenberge, weil wir hier gestartet sind. Aber es kommen immer mehr Leute aus der ganzen Region dazu. Vom Alter seit der letzten Woche sind wir alle über 30. Und was uns alle verbindet, ist eben das Bedürfnis, uns zu vernetzen, weil wir wissen, es gibt von uns vielleicht nicht so viele Menschen. Deswegen wollen wir irgendwie zusammenkommen. Und wir wollen das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben hier in der Region mitgestalten und bereichern. Und dieses Bedürfnis haben wir wirklich alle. Das merkt man, das merkt man auch in den Profilen der Elblandwerker auf der Webseite. Da können Sie gerne wirklich sich die Profile angucken. Wir sind echt spannende Persönlichkeiten dabei. Und was wir eben machen wollen, auch jetzt auf der Webseite, wir wollen gemeinsame Projekte für die Region und in der Region starten. Und deswegen, es gibt auf der Webseite ein sogenanntes Ideenboard. Und dort kann praktisch jeder, also man muss sich nicht bewerben, es reicht völlig aus, dass man uns eine E-Mail schreibt. Und dann darf man ein Projekt auf diesem Ideenboard online stellen. Und dadurch kriegt man natürlich Aufmerksamkeit und kann Mitstreiter finden, für das eine oder ein andere Vorhaben. Und wir merken, dass das schon funktioniert. Also natürlich, wir fangen gerade an. Also erst anderthalb Monate gibt es die Community offiziell und die Webseite. Aber von dem Feedback her wissen wir, dass es jetzt schon funktioniert. Und die Projekte sind ganz unterschiedlich. Aber man kann sagen, sie unterteilen sich in diese drei Bereiche, die wir abdecken. Also Arbeit, Leben und Wandel. Und mit den Aktivitäten, die wir auf der Webseite zeigen und dass wir uns zusammen vernetzen, wollen wir natürlich auch nicht nur uns hier in der Region connecten, sondern wir strahlen auch nach außen. Und wir sprechen die Leute an, die jetzt noch nicht hier sind. Und wenn es Interessenten gibt, dann sind wir hier der erste Anstrichspartner oder Unterstützer von denen, die sich das überlegen und vielleicht die Region kennenlernen wollen. Vielen Dank. Ich glaube, da ist unglaublich Spirit und dazu von dem, also das bekommt man richtig mit. Die Taz hat getitelt im Dezember Wittenberge, das neue Berlin. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Coworking in Wittenberge zu finden. Gleichzeitig ist, lädt Wittenberge ein, dass man dorthin zieht, und Sie selber von Warschau über Berlin, die digitale Start-up-Szene nach Wittenberge oder genauer gesagt in den Ortsteil Zwischendeich bei Wittenberge, den ich kenne, weil ich schon mit dem Fahrrad von Wittenberge in Storchendorf-Rühstedt gefahren bin. Was bieten sich da für Möglichkeiten? Wie weit findet die Vernetzung regional statt? Wo kommen Ihre Kunden und Kontakte her? Sie haben auch ein Unternehmen gegründet, Katalisto. Sagen Sie noch einen Punkt zum Thema Wirtschaft. Okay, sehr gerne. Also meine Gründung hat sich tatsächlich aus dem Summer of Pioneers Projekt ergeben. Also das war nicht geplant. Und ich habe mit meinen Kenntnissen, mit meinen Erfahrungen und hiermit durch den Austausch mit regionalen Akteuren, mit dem TGZ und mit der Stadt gemerkt, dass das hier gebraucht wird und dass es viele Unternehmer gibt, die eine Online-Marketing-Expertise hier brauchen. Und deswegen, das war wirklich total spontan. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, ich habe dann an dem Lotzendienst, dem Development Center teilgenommen. Das hat mir geholfen, hier erstmal Fuß zu fassen und mich, also erste Kontakte zu knüpfen. Und dann kam das wirklich eigentlich schnell. Was auch geholfen hat, war die regionale Presse, die dann darüber berichtet hat. Also wir als Summer of Pioneers, also alle von uns haben, waren oft interviewt. Und da merkt man, dass das wirklich ein gutes Kanal ist, eben um Kontakte zu knüpfen. Und dadurch habe ich zum Beispiel die ersten Kunden auch bekommen. Und sonst ist das gut, also ich glaube, wenn man hier ist, das macht es schon erstmal sympathisch. Die Menschen wollen schon mit Menschen, mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die sie kennen, die sich hier auch finden. Deswegen, ich merke das so und werde auch weiterempfohlen, auch durch unsere Community. Also ich meine, man kennt sich, alle kennen sich untereinander und man empfiehlt sich weiter und man ist nett zueinander und man unterstützt sich gegenseitig. Also deswegen, ich kann das aus meiner Perspektive so beschreiben. Also ich glaube, vielen Dank. Dieser Community-Effekt ist ganz, ganz wesentlich und hat auch schon an anderer Stelle im Fläming, wo wir zum Schluss der Veranstaltung darauf zu sprechen kommen, zu Netzwerkförderungen und vielen Ergebnissen ganz konkret geführt. Und sie sind ja auch überregional vernetzt, eben Wendland, Altmark mit vielen Mitstreitern, auf dieser Plattform und ich denke auch, dieses Ideen-Board ist ein Mittel, um weitere Partner zu gewinnen, auch überregional. Ich glaube, ich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, wir haben 2019 im Sommer mit dem Digitalsommer Priegnitz versucht, als WFBB gemeinsam mit der Stadt und dem TGZ verschiedene Fäden zusammenzuführen. Wir haben damals überlegt, was können wir machen? Eine Technologie-Veranstaltung, verschiedene Workshops, aber eben das kombiniert mit einem Festival. Gleichzeitig standen an dem Tag sehr viele Immobilien und Flächen offen. Die Stadt hat ihre Angebote zugänglich gemacht. Sehr viele Menschen aus Wittenberge sind damals an diese unterschiedlichen Orte gekommen. Hier ist ein Bild zu sehen. Das ist die Webseite, die übrigens auch immer noch geschaltet ist, www.digitalsommer.de. Das war wirklich ein innovatives Format, ein ganz toller Ansatz. Wir wissen, dass mindestens 500 Leute an dem Digitalsommer teilgenommen haben, weil wir hatten Armbändchen, die wir am Bahnhof verteilt haben, der an diesem Tag geöffnet war mit dem historischen Mitropa-Saal. Und die sind sofort weggegangen, weg gewesen. Also 500 Leute waren es mindestens. Und das haben wir natürlich nur deswegen machen können mit vielen Veranstaltungen an dem Tag, weil es den Summer of Pioneers gab. Und an dieser Stelle möchte ich Frederik Fischer auch nochmal begrüßen, herzlich einladen, ins Bild holen. Schön, dass Sie dabei sind. Friedrich Fischer ist in vielen unterschiedlichen Konstellationen unterwegs. Er ist auch Kodorf-Gründer. Das wieder in Fläming. Da komme ich deswegen darauf zu sprechen, nur kurz, weil das neulich bei Frank Plassberg in der Sendung Carte aber Fair vorgestellt wurde. Also auch ein Ansatz, der deutschlandweit für Aufsehen sorgt. In der Süddeutschen wurde auf der ganzen Seite 3 darüber berichtet. Dorfgründungen in Brandenburg zum ersten Mal wieder seit dem 30-jährigen Krieg. Das war so der Tenor. Ja, und Frederik Fischer hat in Wittenberge den Summer of Pioneers gestartet. Meine Frage an ihn, wie sind Sie damals überhaupt auf die Idee gekommen? Wittenberge. Ja, das war offengestanden gar nicht meine Idee, sondern die Idee von Thomas Kralinski, der damals Staatssekretär war und vorhin auch schon mal Erwähnung fand. Der hat von Kodorf mitbekommen und das war tatsächlich auch der erste Ansatz eigentlich. Also er hat den Kontakt hergestellt und er gesagt hat, Wittenberg ist so ein toller Ort, da tut sich so viel, da hat so viel Potenzial. Sprecht doch mal mit denen, ob es da nicht auch Grundstücke für den Kodorf gab. Die gab es leider nicht, aber dafür war ich total verzaubert von der Stadt selbst, von den Menschen dort, von Martin Hahn, der mich da begrüßt hat. Das war im Februar, ich kann mich noch ein guter Erinnerung, 2019. Ich war da im Zufall in der Nähe im Pfarrhaus Mütlich, auch ein ganz toller Ort, in der Friednitz für Arbeitsretreat mit Kollegen damals. Und im Februar ist jetzt ja eigentlich nicht unbedingt der beste Monat, um Brandenburg kennen und lieben zu lernen. Aber die Elbtalauen und Wittenberge selbst und die ganze Elbe, die haben einfach auch im Februar mit dem Frost fantastisch ausgesehen. Und ja, Martin Hahn, der Bauamtsleiter, hat mir eine Führung durch die Stadt gegeben. Und das war einfach genau das, was man in Berlin inzwischen eben schmerzlich vermisst, nämlich Gestaltungsflächen. Ich glaube, das ist wirklich so das große Pfund, mit dem die rändlichen Räume buchern können, zumindest viele davon, und die eben die Sehnsucht von mir und vielen anderen Großstädtern anspricht. Also in den Großstädten haben wir, sage ich jetzt einfach mal so, einnehmend und verallgemeinend, halt häufig das Gefühl, hier gibt es eigentlich gar nichts mehr, was man machen kann. Mit allem, was man irgendwie auf der Bildfläche erscheint, ist man irgendwie der 50. oder 100. Man muss sich gegen ganz viel Konkurrenz durchsetzen. Man muss natürlich auch sich in der Verwaltung erstmal behaupten und Gehör finden. Das ist alles extrem mühsam. Und das genaue Gegenteil erlebt man eben, wenn man in Städte wie Wittenberge kommt, wo es zum einen die Gestaltungsflächen gibt, wo es aber zu anderen, und das ist mindestens genauso wichtig, eine aufgeschlossene Verwaltung und eine aufgeschlossene Bürgerschaft gibt. Und dieses Zusammenspiel aus Gestaltungsflächen und aus einer Aufgeschlossenheit, aus einer Willkommenskultur, das ist tatsächlich so das magische Rezept, würde ich sagen, das eben zum Erfolg das Summer of Pioneers beigetragen hat. Und dann, ja. Also wir haben hier ganz viele Teilnehmende aus unterschiedlichen Landkreisen und Regionen, Magdeburg, Leipzig, aber auch IHK Ostbrandenburg, aus Frankfurt-Oder. Die interessieren sich natürlich, was für Impulse kann so ein Summer of Pioneers in einer Region setzen, weil er ja das Konzept auch in anderen Bundesländern verfolgt. Richtig, ja, wir sind tatsächlich jetzt in diesem Jahr in drei weiteren Standorten mit dem Summer of Pioneers unterwegs. Also insofern war das auch für uns tatsächlich ein ganz wichtiger Startschuss. Dasselbe gilt auch für das Kodorf und Fleming, auch das setzen wir jetzt in anderen Standorten um. Blöderweise muss ich aber sagen, kommt momentan das Interesse alleine aus Westdeutschland, was ich echt bedauerlich finde, weil ich glaube, das eigentliche Potenzial haben wir wirklich in den ostdeutschen Bundesländern und Orten. Und zwar, weil das Potenzial des Summer of Pioneers eigentlich darin besteht, eine neue Perspektive auf Orte zu werfen, auf Regionen zu werfen, die aus welchen Gründen auch immer bislang medial entweder kaum aufgetreten sind oder, wie Herr Hermann es vorhin auch schon geschildert hat, in der Presse vielleicht eher so negativ aufgetaucht sind und assoziiert wurden. Und ich glaube, da gibt es inzwischen wirklich eine Zeitenwende und die Menschen aus den Großstädten, die gucken eben auf ländliche Räume inzwischen ganz anders, ganz sehnsuchtsvoll. Aber jetzt ist es immer an den ländlichen Räumen und an den konkreten Orten Angebote zu schaffen und diese Angebote bekannt zu machen und diese Erzählungen, diese positiven Erzählungen auch medial natürlich bekannt zu machen. Das ist etwas, was man immer wieder auch merkt, wenn es um solche Projekte wie Summer of Pioneers, wie Skodov geht. Die mediale Projekterstattung ist natürlich kein Zufall. Ich bin über zehn Jahre Journalist gewesen, Christian Suhl, der jetzt für die Elbland Werke arbeitet, ist PA-Berater. Das ist etwas, was wir einfach, würde ich jetzt mal behaupten, gut leisten können, gut beherrschen. Und was teilweise aber auch dann zu einer gewissen Ungerechtigkeit führt, weil wir wissen und sehen es auch überall, wo wir unterwegs sind. Es passiert in den Erzählungen schon unfassbar viel. Wir sind da natürlich nie die Ersten und nie die Einzigen. Aber der Unterschied ist tatsächlich, dass, wenn man keine Kontakte hat in die Redaktion, dann ist es einfach sehr schwierig, das überregional zu machen. Das ist tatsächlich eine der Kompetenzen und der Leistungen, die wir mitbringen und die solche, die wir sagen, noch auf Pioneers gehen, beitragen. Vielen Dank. Ich finde gerade die Kombination auch sehr spannend. Und neue Leute, die dazugekommen sind, aber auch eben gemeinsam mit schon Einheimischen. Und die 50 Leute, 30 Profile auf einer Seite, die vor einem Monat gestartet ist, zeigen also, da ist ein Stein ins Wasser geworfen, der jetzt Kreise zieht. Ganz erstaunlich. Mit Blick auf die Zeit möchte ich noch Christian Fenske zu Wort kommen lassen. In Wittenberge ist auch sehr, sehr erfolgreich bei der Einwerbung von Projekten mit Bundesförderung. Und das TGZ Priegnitz ist der Motor und Christian Fenske als Chef ist der Dreh- und Angelpunkt des TGZ. Da würde ich gerne noch was zu hören, weil wirklich BMI zweifach, BMBF, da ist Aufmerksamkeit auch von der Bundesebene für Wittenberge vorhanden. Erzählen Sie mal. Ja, gern. Auch schönen guten Morgen nochmal von mir in die Runde. Das Ganze ist natürlich, wir sind eigentlich auch eine klassische, also in Anführungsstrichen klassische kommunale Wirtschaftsförderung. Da muss man auch sagen, dass mit der Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung, mit Verlagerung in dieses Technologiezentrum, was vorher jetzt mittlerweile drei Jahren passiert ist, auch von den Kommunen ein wichtiger Schritt gegangen wurde. Das heißt, die kommunale Wirtschaftsförderung wurde auch weiterentwickelt in Richtung, naja, so ein bisschen Richtung Denkfabrik. Man kann auch andere Expertisen anlocken. Wir haben im Team Stadtplaner, Architekten, Wirtschaftler. Aber also das ist, wir sind mittlerweile zehn Leute, komplett interdisziplinär und versuchen natürlich über unsere normale, über unser Butterbrotgeschäft Wirtschaftsförderung auch immer einen neuen Blick in die Region zu bekommen. Und da ist es für uns eine gute Ebene mit Bundesforschungsministerium, Bundeswirtschaftsministerium oder aber auch in dem Bereich Städtebau weiter zu arbeiten. Ja, also ich habe gesehen, Sie sind Post-Corona-Stadt, Sie sind auch eine Förderung Kleinstadtakademie. Da ist Wittenberge Lead-Projektpartner von fünf deutschen Städten mit Coburgland zusammen. Also Sie haben sehr, sehr gute Partner gewonnen. Da passiert eine ganze Menge. Meine Abschlussfrage, welche nächsten Schritte haben Sie denn in Wittenberge und auch vielleicht im regionalen Wachstumskern Trignitz vor? Also ich glaube, ich würde noch mal ein paar Schritte zurück machen. Viele von den Partnern und mittlerweile Freunden sind ja auch heute in dem, wenn ich so die ganz kleinen Bildschirme sehe, viele sind ja auch heute dabei. Und ich glaube, es geht einfach weiter auf dem Weg, den Kata schon beschrieben hat, den Frederik auch beschrieben hat oder den Dr. Herrmann beschrieben hat. Also es geht um Lebensqualität und Kata hat das vorhin so schön gesagt, man ist einfach nett zueinander. Natürlich guckt eine Wirtschaftsförderung, natürlich im ersten Theorie-Step auf Zahlen, wie viele Leute erreicht man, wie ist die Quote etc. Aber ich glaube, indem man einfach nur nett, authentisch miteinander arbeitet, kommt dieses Thema Zahlen, wie viele Leute erreicht man, wie wir es jetzt sehen mit den Elblandwerkern von ganz allein. Und ich glaube, auf dem Weg werden wir uns weiterbegeben. Vielen herzlichen Dank für den Einblick. Hier nochmal ein paar Anstriche zum Ausklang. Wir würden jetzt auf die Zeit zur anderen Seite der Elbe paddeln und die Altmark zu Wort kommen lassen. Carla Reckling-Kurz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und auch nochmal herzlich willkommen von mir in die Runde. Carla Reckling-Kurz vom Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband. Ja, und wie es der Name schon sagt, wir sind tatsächlich für die Altmark ganz aktiv dabei, die Region im Bereich Regionalmarketing und Tourismus weiterzuentwickeln. Und ja, ich selber bin geborene Altmerkerin und habe die Entwicklung in dieser Region ganz, ganz lange auch von außen betrachtet, 20 Jahre in der Berliner Agenturlandschaft gelebt und weiß von daher sehr, sehr genau, wie da die Ansprüche dieser Branche in der Metropole sind, wie man aus der Großstadt auf Regionen wie die Altmark schaut. Und weiß aber auch um die Sehnsüchte und Bedarfe in dieser, ja, bei diesen Menschen in diesem Umfeld, kenne die Kapazitätsgrenzen der Großstadt und die wirklich die Suche nach Verwirklichungsorten. Und das ist natürlich jetzt toll hier für diesen, für den Zweckverband jetzt für die Altmark da auch mit ganz viel Herzblut als Rückkehrerin, die Chancen dieser Region jetzt aufzugreifen. Und das war jetzt tatsächlich auch mit dem Projekt Kreativorte im Grünen einfach eine riesengroße Chance. Denn auch wenn man die Altmark insbesondere ja von seiner touristischen Seite kennt, Hansestädte, malerische Dörfer, weite Landschaften, dann ist das natürlich wirklich auch nur eine Seite der Medaille. Denn neben dem ländlichen Charme der Altmark haben wir hier einfach, einfach eine tolle geografische Lage. Man sagt ja auch oder der Zukunftsatlas sagt in den kommenden Jahren ist einfach jeder Standort interessant, der eine Stunde von den Metropholen entfernt ist. Und da haben wir einfach mit Ständer eine ICE-Anbindung 35 Minuten nach Spandau beziehungsweise eine Dreiviertelstunde zum Hauptbahnhof. Ich bin selber eine ganze Zeit gependelt und es funktionierte wunderbar. Wir haben Hamburg, Hannover, Wolfsburg. Also das ist einfach für die Altmark ein Pfund, was wir nutzen sollen. Die A14 wird ausgebaut und wir haben natürlich auch in Sachen Internetabdeckung das größte Breitbandausbauprojekt Deutschlands hier in unserer Region. Das heißt, da ist so viel am Entstehen und da müssen wir einfach drauf aufsetzen. Und wir haben gesagt, das Wichtigste oder der wichtigste erste Schritt ist wahrscheinlich jetzt erstmal zu zeigen, was gibt es schon, zeigen, was gibt es an Potenzialen in der Region oder beziehungsweise auch schon an Orten, wo man sich verwirklicht hat. Und wie gesagt, dazu haben wir diesen Mapping-Prozess ins Leben gerufen. Man sieht es ja hier auch gerade nochmal, der Screenshot von der Website wird ja gerade auch geteilt von den inspirierenden Orten aus der Altmark. Ich bin sehr dankbar, dass wir damals, als auch ich schon mit dieser Idee in die Region kam, ich relativ schnell bei der EMG und da vor allem erstmal bei Herrn Einsfelder auf absolut offene Ohren gestoßen bin. Und wir wirklich beide auch sofort gesagt haben, da sehen wir ein Potenzial. Das ist etwas, wo wir auch gerade für Sachsen-Anhalt, aber auch beginnend für die Region Altmark ein Projekt daraus stemmen möchten. Und von daher würde ich jetzt auch ganz gerne der Barbara Weihnacht-Nachbardauer, Bereichsleitung Marketing bei der EMG Sachsen-Anhalt, gerne mal das Wort erteilen. Und liebe Barbara, sag doch einfach mal aus eurer Sicht, ja, mit welchen Potenzialen ihr in dieses Projekt gegangen seid. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Hallo erstmal in die Runde. Vielen Dank, liebe Carla, für die nette Überleitung. Wir als EMG, wir sind ja nicht nur die Wirtschaftsförderung des Landes Sachsen-Anhalt, sondern wir sind ja auch die Landesmarketing-Gesellschaft. Das heißt, für uns ist dieses Projekt einfach doppelt interessant, weil wir halt einfach auch zwei Aspekte beleuchten können. Und wir sind unheimlich dankbar, als die Altmark, oder als Carla Reckling-Kurz in erster Linie auf uns zugekommen ist und uns von diesem ersten Spirit, sag ich mal, erzählt hat, der wirklich auch vom Bottom-up in der Altmark spürbar war. Und wir haben dieses Projekt Kreativorte im Grünen zusammen erarbeitet. Das ging Ende letzten Jahres an den Start mit dieser Webseite, die Sie gerade eben gesehen haben. Und wir waren komplett überrascht, wirklich jetzt aus der Sicht von Magdeburg betrachtet, welche Schätze wir da gehoben haben. Und ich glaube einfach, oder wir glauben, dass die Altmark, oder ich nenne es einfach mal das Elbe-Gebiet, links und rechts der Elbe, einfach ein enormes Zukunftspotenzial hat. Und unheimlich viele Sehnsüchte bedient, die Menschen, insbesondere natürlich in den Großstädten haben. Sodass wir, was das betrifft, einfach ganz aktiv auch in die Standortvermarktung, sag ich mal, mit einsteigen können. Also für uns ist es tatsächlich ein unheimlich wichtiges Thema im Standortmarketing, dass wir zunehmend aufgreifen, weil wir helfen wollen, der Region, der Altmark oder halt, ich sag jetzt mal, den ländlichen Raum insgesamt, ein neues Profil zu geben. Und dafür sind einfach wirklich diese Angebote, die jetzt, ich sag jetzt mal, zum Tageslicht auch gekommen sind, eine absolute Inspiration und eine absolute Hilfe, dass wir wirklich diese Potenziale einfach auch noch bekannter machen. Was auch wirklich sehr, sehr spannend ist, und da machen wir einen ganz kleinen Schlenker zum Tourismusmarketing auch. Auch das ist ja etwas, was wir bei uns bei der IMG für Sachsen-Anhalt mit betreuen. Das sind einfach diese zunehmenden Synergien, die wir aus diesen beiden Feldern sehen können. Und da helfen uns natürlich auch diese Auszeichnungen in der letzten Woche. Elbe-Radweg wieder, Top-Radfernweg in Deutschland. Und natürlich auch die Altmark als auf Platz 6 der fahrradfreundlichsten Regionen in Deutschland. Aus dem Stand in der Top 10. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, was sich da auch tut, auch in der Außenwahrnehmung. Und für uns ist das halt einfach wirklich nochmal so eine absolute Chance und Möglichkeit, zumal ja wirklich die Altmark auch unser kleiner Hidden Treasure im Tourismusmarketing ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, nach dem letzten Jahr und auch der Corona-Situation haben wir noch mal mehr gemerkt, was für, das heißt mal doch, was für ein Sehnsuchtsort diese Region ist. Und wir haben das an den steigenden Gästezahlen auch gesehen. Also die Zahlen, liebe Carla, du wirst es bestätigen können, waren wirklich auch trotz Pandemie im letzten Sommer sehr, sehr gut und haben im Prinzip auf das Niveau von 2019 anschließen können. Und das zeigt einfach wirklich, was für eine Bedeutung diese Region hat. Die Kooperation selbst, also die Kreativorte im Grünen, wir haben es schon erwähnt eingangs, die Webseite ging Ende letzten Jahres an den Start. Und was wir jetzt in diesem Jahr tun möchten, ist einfach wirklich noch mehr in die Außenwahrnehmung zu gehen. Das heißt, wir wollen mit dieser Kooperation etwas mehr durchstarten. Wir wollen tatsächlich auch erste Marketingmaßnahmen auch gemeinsam durchführen. Bis jetzt ist es so, dass wir die Seite in erster Linie natürlich auch mit begleitenden Online-Maßnahmen bewerben. Aber wir würden wirklich in diesem Jahr gerne ein bisschen mehr Kraft reinstecken, ein bisschen offensiver auch werden. Wir würden vielleicht auch ein paar Offline-Maßnahmen mit dazu kombinieren und würden uns auch vorstellen, dass wir tatsächlich gezielt auch in Quellmärkte gehen, beispielsweise jetzt nach Berlin oder aber nach Hamburg, um dort, ja, sag mal, tatsächliche sichtbare Marketingmaßnahmen durchzuführen. Das ist so unser Vorhaben. Und wir sind da mit der Kala-Regeln, kurz mit dem ART, einen ganz engen Austausch, wie die Sachsen-Uhr, über diese Partnerschaft und haben auch, sag ich mal, den Wunsch, dass wir die Kreativorte im Grünen öffnen, dass natürlich weitere Partner aus Sachsen-Anhalt, ein paar sind ja vielleicht auch heute hier schon mit dabei, sich dem anschließen, damit wir das, was es einfach im Land auch noch gibt. Und ich bin mir sicher, dass wir noch viele, viele tolle weitere Beispiele haben, die wir jetzt noch gar nicht kennen, dass wir das auch mit dazu ergänzen. Ja, das war es erst mal von meiner Seite. Ich glaube, wir lernen jetzt auch noch ein paar sehr spannende Beispiele aus der ALTMAG kennen. Deswegen gebe ich wieder zurück an die liebe Kala. Genau, vielen Dank erst mal. Und auch aus meiner Seite oder aus meiner Sicht noch einmal ganz, ganz vielen Dank. Ich finde, man merkt an unserer Kooperation einfach, wie viel man erreichen kann, wenn man die gleiche Sprache spricht, wenn man an den gleichen Zielen festhält. Und ich finde, wir haben innerhalb kürzester Zeit hier einfach schon ganz, ganz viel Vorzeigbares für Sachsen-Anhalt oder jetzt hier im Speziellen für die ALTMAG geschaffen. Und ja, wir würden jetzt gerne mal beispielhaft, also wir haben ja 17 Orte auf der Website. Wir können jetzt nicht alle 17 Orte vorstellen, aber da kann man auch gerne mal stöbern. Die Stefanie Walter hat auch gerade in den Chat nochmal den Link zur Website gestellt. Aber als einen ersten Ort würde ich gerne mal den Blick nach Stendal richten und würde gern dem Frank Wedel von der Musikerfabrik Stendal und seinem Erfahrung mit dem Thema Coworking das Wort erteilen. Ist der Frank Wedel noch in der Leitung? Sonst würden wir erst mal zu einem nächsten Ort übergehen. Nein, Frank Wedel ist da, aber man redet auch, so wie ich sehe, aber tatsächlich ist er nicht zu hören. Ich will vielleicht noch mal kurz einen Moment geben, dass das Mikrofon funktioniert. Ich sehe aber auch, der Ralf Engelkamp ist schon hier in der Rettung und sonst würden wir vielleicht da das erst mal vorziehen und würden den Blick weiterreichen nach Crevese zum Atelier offen und schauen noch mal, ob wir das nachher nochmal hinbekommen, dass wir zurückgehen nach Stendal. Ja, bitteschön, einmal der Blick nach Crevese zum Atelier offen. Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns in Crevese im Atelier offen. Erstmal, das muss auch mal gesagt werden, großes Wow, was wir so verfolgt haben, auch die andere Seite der Elbe nach Wittenberge. Das ist ja wirklich ernsthaft mega, was sich da entwickelt hat aus dem Summer of Pioneers. Hut ab, alle Achtung. Ja, wir sind jetzt in der Altmark, wir sind in Crevese, wir sind Wald Engelkamp und Rainer Kranck, der kommt gleich auch noch dazu. Wir sind ja eigentlich ein Team aus mindestens zwei Leuten vor Ort. Wir leben und arbeiten seit 18 Jahren im Crevese-Herrenhaus, was wir auf diesem Chart auch sehen können. Wir sind selbstständige Grafiker, wir sind Kommunikationsdesigner hier vor Ort in unserem eigenen Büro. Wir arbeiten in einem Netzwerk mit Leuten zusammen, mit anderen Kreativen, mit Programmierern, mit Fotografen, mit anderen Designern. Wir bieten hier bei uns im Atelier offen vier Coworking-Arbeitsplätze, schon seit geraumer Zeit auch an. Und wir haben jetzt so eine ganz neue, relativ neue, waghalsige Vision, und zwar installieren und entwickeln wir hier in Crevese auf dem Gutshof, also auf dem großen, alten, übersiedelten Gutshof nördlich, also vor dem Herrenhaus, ein Open-Air-Coworking-Space, ein Open-Air-Dorf-Rundzimmer, so heißt eigentlich der Titel, in dem es auch eine Open-Air-Coworking-Option geben wird. Wir haben ein Netzwerk gebaut in den letzten Wochen und Monaten mit starken Partnern. Wir haben die Lebenshöfe Osterburg mit im Boot, wir haben das Theater der Altmarkt mit im Boot und die Gartenakademie Sachsen-Anhalt. Und zusammen mit denen entwickeln wir das Open-Air-Dorf-Wohnzimmer hier in Crevese. Wir haben die Ruine des alten Verwalterhauses von 1711. Jetzt sind wir komplett, ich hatte ihn gerade schon angekündigt, mein Partner, der Rainer Kranz, jetzt auch da. Man hatte uns kurz vorgezogen, weil es technische Turbulenzen gab. Deshalb sind wir komplett in der Runde. Ich hatte ja schon angefangen, unser Projekt zu präsentieren. Es geht um die Ruine des ehemaligen Verwalterhauses von 1711. Seit 30 Jahren mindestens eine Ruine, die Außenmauern aber sehr gut erhalten. Und für diese Ruine haben wir ein Nutzungskonzept entwickelt als offenes Dorfwohnzimmer. Das wird also immer geöffnet sein für die Menschen hier im Dorf als lebendiger Dorfmittelpunkt, als Begegnungsstätte, als Ort der Information für Touristen und für Gäste. Und es wird ein Open-Air-Coworking-Space. Das sehen Sie auf dem Chart, auf dem unteren Bild in einer Visualisierung unseres Architekten. Die Mauern werden erhalten. Überspannt wird das Ganze von einer Zeltdachkonstruktion. Und wir glauben, dass das was sehr Zukunftsträchtiges ist. Wir haben ja gerade schon über viele erfolgreiche Coworking-Projekte in der Region im ländlichen Raum gehört. Hier bei uns wird es die Option geben, das eben tatsächlich draußen zu machen. Hier trifft der Digitale Normade, hier trifft der Digitalarbeiter den Touristen, den Kulturinteressierten, der in der benachbarten Klosterkirche vielleicht ein Konzert hört, den Naturverliebten, der einen Spaziergang im Landschaftspark macht, den Kulturinteressierten, den wir bei uns im Herrenhaus begrüßen dürfen. Also eine wirklich bunte Mischung von Menschen, die hier vor Ort dann sein können und eben auch digital arbeiten. Aber es wird eben auch ein Spielort des Theaters der Altmark sein. Wir werden eine mobile Bühne installieren. Es geht zu mehreren Seiten des Gebäudes. Und es wird eben auch, ganz wichtig, ein Inklusionsprojekt sein. Die Ruine wird barrierefrei ausgebaut werden. Und das Theater der Altmark in Kooperation mit der Lebenshilfe Osterburg wird hier inklusive Projekte für Menschen eben auch mit Einschränkungen bringen. Also wir sehen da ganz große Synergien. Wir sind, wie kann man es vorhin kurz nochmal kurz zusammenfassen, wir betrachten das, wir sind ein Inklusionsprojekt, wir sind ein Digitalisierungsprojekt, wir sind ein Demografieprojekt, wir sind ein Herrenhaus-Wiederbelebungsprojekt, wir sind vor 18 Jahren in die Altmark. Wir hatten einen Klimawandel. Wir hatten einen Klimawandel, das ist auch noch ein großes Thema. Wir sind ein Klimawandelprojekt, genau. Und wir versuchen dem was entgegenzusetzen und eben auch darüber aufzuklären. Wir glauben sehr an die Stärke der Region und glauben eben auch sehr daran, dass solche Projekte, auch wenn man mal was Neues probiert, Co-Working wirklich so richtig draußen als Open-Air-Option, natürlich immer auch mit dem Hintergedanken, klar, wir können auch uns irgendwie offen gehen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Wir glauben sehr daran, dass das Strahlkraft hat und dass überhaupt alle Digitalprojekte, von denen wir hier gerade schon gehört haben und eben auch uns das, dass es Strahlkraft hat und dass es die Region und die Regionalentwicklung, was dann nach vorne bringt. Er stellte einfach, so wie es dargestellt wurde, weiche und harte Standortfaktoren. Und das wissen wir ja alle, wenn die interessant sind, dann wandern Leute zu, es wandern weniger Leute ab. Und das zeigt sich auch bei uns im Dorf bereits, Häuser, die leer fallen, stehen nicht lange leer. Wir haben eigentlich keinen Leerstand. Ja, vielen, vielen Dank nach Crevese. Das ist schon mal ein ganz, ganz vielfältiges Projekt und toll auch dargestellt. Ein Paradebeispiel quasi für das Nutzen von so wahren alten Gutschäuern in der Altmark, die wir ja auch in der Vielfalt haben. Ganz vielen Dank erstmal für diese Vorstellung. Wir würden mal weitergehen, auf ganz tollen Beispiel, nämlich im Seminarhof Astraea. Genau, da waren Diana Kussig und Christian Lasse bereit, ihr Projekt einmal kurz hier in dieser Runde vorzustellen. Hallo. Hallo. Hört ihr uns? Ja. Vielen Dank an Kreativorte im Grünen für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Genau, kurz zu uns. Meine Partnerin Jana und ich hatten 2014 das große Glück, eine wunderschöne, denkmalgeschützte Dreiseithofstelle in der Altmark erwerben zu dürfen. Da sind wir ein bisschen dazu gekommen, eigentlich für die Jungfrau zum Kinder, ganz ehrlich gesagt. Der Begriff Altmark war uns beiden als in Berlin aufgewachsen, sozialisierten Menschen nicht der größte Begriff. Aber sobald wir dann hier standen, haben wir auch ziemlich schnell verstanden, dass die Altmark neben der guten Anbindung zu allen möglichen Ballungszentren und Einzugsgebieten einfach durch unendlich viel Platz, Offenheit und Gastfreundschaft zu punkten hat. Da sind wir froh, dass wir heute da sind. Wir sind dann 2000, vor einem Jahr ziemlich genau, dann als Pärchen auch wirklich in der Altmark, als Neu-Alt-Märker angekommen und sind inzwischen mit einem Nachwuchs dann quasi in der ersten Generation Baby dann auch wirklich in der Altmark verwurzelt. Ja, unser Projekt ist ein Seminarhof, den wir hier bauen in unserer alten Hofstelle. Seit ungefähr zwei Jahren sind wir hier im Baubetrieb. Das Ziel ist, einen Ort zu bauen in der Altmark, der so ein bisschen das Thema Unternehmen, Coworking, aber auch die Themen wie Gesundheit, Yoga-Wochen, Fasten-Wochen und auch die Themen wie Kultur, Konzerte und Theater und so weiter aufgreift und sie auf einer Plattform, die inhaltliche Schwerpunkte auf jeden Fall Ökologie, Nachhaltigkeit und auch Ganzheitlichkeit so ein bisschen verbinden soll. Also hier eine Plattform zu finden, zu bauen, zu gestalten und einfach zu gucken, weil wir wissen noch gar nicht genau, was hier genau passiert in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Wir haben das Ganze erst mal so geplant und so gebaut, dass wir halt wie flexibel reagieren können, was die Gruppen angeht, was die Themen angeht, was die Inhalte angeht, sei es drinnen, sei es draußen. Jeweils, wie man sieht hier an unserer Jote zum Beispiel, die Unterkünfte, alle sehr, sehr naturnah, einfach, aber trotzdem hochwertig geplant und gestaltet. Und so gucken wir einfach mal möglichst offen, was die nächsten Jahre der ländlichen Entwicklung, insbesondere hier in der Altmark für uns bedeuten und wir wieder einen sinnvollen Teil dazu beitragen können. Vielen herzlichen Dank. Und genau, das ist einfach auch noch mal wieder ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Die Bilder machen schon Lust, den Hof weiter kennenzulernen. Und genau, da wird es sicherlich auch noch mal viel mehr Vernetzung auch zwischen den Kreativorten innerhalb der Altmark geben. Jetzt in der Zukunft, sobald wir da auch wieder die Möglichkeiten haben, uns zu treffen, weil das Thema Vernetzung ist, gerade in diesem Bereich, glaube ich, das A und O und in der ländlichen Region voneinander lernen und gemeinsame Sache zu machen, ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Ich würde noch mal ganz kurz fragen, Frank Wedel, können wir Sie jetzt hören? Ich bin da. Kann man mich hören? Perfekt, wunderbar. Dann einmal gerne das Wort. Ich bin eigentlich vielleicht einer der ersten Zugereisten aus dem Raum Berlin, allerdings schon vor der Wendezeit durch den Berufsfängsel meiner Eltern und habe eine Musikschule gegründet, die jetzt fast 30 Jahre ist und eigentlich ein Kulturbetrieb ist, den, ich habe hier mal ein Bild, vielleicht kann man das auch noch mal kurz, genau, wir haben ja hier auch schon ein bisschen Leben auf der Webseite. Das ist etwas, ich wollte immer Orte schaffen, an denen Begegnungen stattfindet und bin inspiriert von maßgeblichen Filmen wie Fame Academy und so und meine Leidenschaft war das schon immer eigentlich und nur ist mir vor einem Jahr erst aufgefallen, dass auch, weil ich in der Ölmühle war, weil Chorsänger aus meinem Gospelchor in Perleberg mir erzählt haben von Summer of Pioneers, Maria zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, also Leute, die eigentlich auch aus der Region kamen, dann in Berlin gelebt haben und auch wieder zurückgekommen sind und ich dachte, das kann man ja eigentlich vielleicht auch wirklich mal ein bisschen ausweiten, denn bei uns sind schon 20 Freelancer, selbstständige Künstler, Musiker, die dort Unterricht geben, zusammen Proben und so weiter, nur fiel uns irgendwann mal auf, dass das Ganze immer stattfindet im Nachmittags- und Abendbereich und wir haben über 200 Quadratmeter Fläche, die, ich hätte mal hier ein Bild anzubieten, die man, vielleicht kann ich das mal teilen, also wir haben einerseits diese Möglichkeit, den Leuten auch eine Infrastruktur zu geben, zum Proben, aber auch mit einem Büro, mit einer festangestellten Mitarbeiterin, die ab morgens dort am Start ist. Ich merke nur an den ganzen vielfältigen Beiträgen, die jetzt schon hier waren, vielleicht sind wir noch gar nicht so bekannt und deswegen ist es eine kleine Nische, die ist direkt gegenüber vom Theater, zwischen dem Dom und dem, ja, Dom und Theater so in dieser Ecke, das war früher auch eine Werkstatt, wir sind dort erst später innerhalb dieser Zeit unseres Bestehens hingezogen, weil die Räume auch nicht mehr reichten und weil wir ein bisschen Geräusche gemacht haben zu bestimmten Zeiten und trotzdem denke ich, es ist ein sehr, sehr stiller Ort zeitweise, also er ist mitten in der Innenstadt, es gibt Cafés ringsrum in Edeka, es ist der Anfang der Einkaufsstraße in unser Zentrum rein und ich selber bin sehr viel in Hannover nebenbei gesagt und habe mal hier die Minuten auch mal so gerechnet, das ist, finde ich, total erstaunlich von unserer Entfernung, sind wir zwölf Minuten vom Bahnhof entfernt und praktizieren schon lange Coworking und dachten, vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt auch vielleicht aus den jeweiligen anderen beruflichen Richtungen gelegentlich Räume nutzen wollen, die schon als Seminarräume konfiguriert sind. Vielen Dank, auch noch einmal dahin und genau das große Thema ist sicherlich für die Orte, die wir jetzt hier erstmal in einem ersten Prozess gesammelt haben, wir nennen es ja den Mapping-Prozess als Schritt 1 unseres Vorhabens, ist sicherlich dann auch die Bekanntheit für das Projekt zu vergrößern, für die Orte zu vergrößern, aber auch für unsere Region und da war uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt und als allererstes auch immer die überregionale Vernetzung. Es gibt, wie wir ja auch schon im ersten Block gesehen haben, schon so viel auch in anderen Regionen, was an Vorreiterprojekten passiert ist, da die Vernetzung anzustreben, das war uns ein wichtiger Schritt, deswegen haben wir das Projekt auch umgesetzt mit Projektpartnern wie Philipp Henschel und auch der Annegret Spillner. Annegret kann heute leider nicht mit dabei sein, aber der Philipp Henschel wäre jetzt noch mal auch mit als Projektpartner und Umsetzer auch der Website mit in der Leitung. Er ist ja auch Mitbegründer des Netzwerks Zukunftsorte. Philipp, ich würde dir jetzt gerne noch mal das Wort geben, dass du noch mal was zu den Orten sagst. Ja, danke schön. Also ich finde es erst mal total schön, solche vielfältigen Projekte auch in der Altmark zu sehen. Ihr habt ja jetzt schon 17 Orte zusammengetragen und dass solche Orte eben auch in vielen Bundesländern entstehen, ist meiner Meinung nach ein sehr mutmachendes Zeichen, die auch schon lange da sind. Bei uns in Brandenburg haben wir uns eben sehr ähnliche Fragen gestellt und 2017 dann auch die Webseite Kreativ Orte Brandenburg ins Leben gerufen, weil wir wussten, dass solche Orte existieren, sie aber nicht sichtbar waren. Das ist bei euch ja auch das Thema gewesen. Und eben diese Menschenprojekte und Initiativen sichtbar zu machen, ist auf jeden Fall der erste Schritt, um dann eben daraus die Vernetzung vor Ort zu unterstützen, lokale Netzwerke zu bilden. Auch was wir jetzt gesehen haben, dann solche Initiativen wie die Elblandwerker oder auch Neopreneurs, Havel Valley, Elbe Valley, Imagekampagnen aus verschiedenen Städten, die kreative Lausitz. Also das sind ja alles dann Vernetzungen, die eben auch über solche Orte funktionieren. Und wenn dann solche Netzwerke und Initiativen wirklich sichtbar werden, dann hilft es eben den Regionen, auch dieser oft zitierten Zielgruppe der Wissensarbeiterinnen und der Kreativen, sich da eben sichtbar zu machen und weitere Menschen auch in die Region zu ziehen. Denn da, wo dann Arbeiten und Wohnen zusammen gedacht werden, da bringen Menschen dann nämlich auch ihre Unternehmen mit, sie bringen Kinder mit, sie bringen ihre Projekte mit und können sich dann aktiv in die Regionalentwicklung mit einbringen. Und wenn das alles zusammenkommt, also Wohnen, Arbeiten, aktives lokales Engagement und eben auch offene Treffpunkte für die Menschen vor Ort, dann sprechen wir von Zukunftsorten. Und in Brandenburg hat sich daraus 2019 ein gemeinnütziges Praxisnetzwerk aus vielen dieser Orten gegründet, gegründet, welche eigentlich die stärksten Impulsorte zusammenbringt und dann diesen Wissenstransfer eben zwischen den Projektinitiaturinnen, Zuzüglern, Anwohnerinnen und Gemeinden und Unternehmen aktiv voranbringt. Denn da, wo wirklich Offenheit, wo Flexibilität und Kollaboration, gerade auch auf Seiten der Verwaltung, das haben wir heute auch gesehen, dass es sehr wichtig ist, wenn Verwaltung, Wirtschaftsförderung, wenn Tourismusverbände eben an einem Strang ziehen und diese Offenheit von vielen Entscheiderinnen auch getragen wird, dann können sich solche Prozesse eben entfalten. Und wo sowas hinführen kann, sehen wir auch exemplarisch im Fleming, Region Kokonat, Bad Belzig, Wiesenburg. Als Netzwerk Zukunftsorte unterstützen wir eben solche auch jungen Projekte und aufgeschlossene Gemeinden auf dem Weg, neue Orte, Menschen und Projekte anzusiedeln. An der Stelle auch nochmal wirklich ein Dankeschön an die EMG Sachsen-Anhalt und den Altmärkischen Tourismusverband, dass wir dort eben auch gemeinsam zusammengearbeitet haben und nicht nebeneinander her und im Sinne des Coworkings wirklich auch bestehende Komponenten eben aus Brandenburg übertragen haben. Und ich freue mich, dass es eben mit Kreativorte im Grünen ein weiteres Projekt gibt, was diese vielfältigen Orte sichtbar macht. Mittlerweile das dritte neben Kreativorte Brandenburg und Kreativorte Mitteldeutschland. Und da sehen wir, wie langsam in den ganzen Regionen eben diese Initiativen sichtbar werden. Und wir als Netzwerk Zukunftsorte haben eben die Vision, dass bis zum Jahr 2030 wir in Ostdeutschland von tausend Kreativ- und Zukunftsorten eigentlich sprechen können. Und ich habe das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg und unterstützen das mit unserer täglichen Arbeit. Ja, herzlichen Dank, Philipp. Und genau, abschließend einfach nochmal von mir, auch aus der Altmark, der wohne ich. Wir haben ja jetzt tatsächlich eben auch schon viel aufgezeigt. Wir haben Orte gesammelt. Diese Angebote sollen natürlich auch wachsen. Wir möchten auch noch viel mehr die Potenzialorte. Wir haben ja auch das Projekt Luxus der Lehre bei uns in der Region. Also einfach noch viel mehr Orte zeigen, an denen man sich verwirklichen kann. Und dann ist natürlich aber auch Schritt zwei, das große Drüberreden und Bekanntheit erreichen für die Region und für diese Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich glaube, es ist immer noch eine große Herausforderung und auch eine große Kraftanstrengung, diese Brücke zu schlagen von den, ich war ja selber sehr lange Großstädter, von diesem Idealbild vom Leben auf dem Land, von diesem Wunsch nach Verwirklichung auf dem Land und dann aber diesen realen, für die Großstädter ist es ja nicht richtig greifbar. Wie komme ich da jetzt an diese Orte auf dem Land? Wie erfahren auch die Großstädter davon? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große und wichtige Herausforderung, der man sich mit verschiedensten Marketingmaßnahmen, aber auch einfach Kommunikation, PR ist da einfach, glaube ich, der ganz große, wichtige nächste Schritt. Oder natürlich auch so tolle Veranstaltungen. Frederik Fischer hat es ja auch noch mal angedeutet mit dem Summer of Pioneers, der natürlich auch für ostdeutsche Regionen und auch für unsere Region sehr gut vorstellbar ist, aus meiner Sicht. Und wir sind aber eben auch da noch mal mit weiteren Projekten, unter anderem auch dem Elbe Valley-Projekt, ganz interessiert und sehen da einfach auch ganz viele verbindende Elemente, wünschen uns da einfach auch überregional den Austausch, um gerade als kleine Region auch nicht unterzugehen und eben da auch die Anknüpfung zu nutzen. Von daher würde ich den Altmark-Blog jetzt einfach mal abschließen und das Wort an den Tim Meyer jetzt erst mal noch mal für den dritten Block vom Wendland in den Fleming übergeben. Genau, vielen Dank, Carla Recklen-Kurz. Ich könnte zu jedem Ort was sagen. Das ist so spannend, wenn man sich die Webseiten anguckt. Wir gehen jetzt die Elbe hinauf, ja, also vom Wendland in den Fleming, von Wittenberge bis Wittenberg sozusagen. Die Elbe ist ja der Strom Ostdeutschlands, kann man ja fast sagen. Und alles, was es da so gibt, Saale, Mulde, Bolde oder auch Spree und Havel fließt ja in die Elbe, also erst die Spree in die Havel und dann in die Elbe. Aber das ist schon ein sehr, sehr spannender Strom. Und das Wendland seit vielen, vielen Jahren ein Paradebeispiel für überregionale Berichterstattung. Da gibt es viele Artikel, Projekte, die Vorbildcharakter haben. Das Post Lab Kreativ Labor, das Tiny Living Festival, ein Reparaturcafé, Design Camps und vieles, vieles mehr. Ich möchte herzlich Frau Kahle von der grünen Werkstatt Wendland begrüßen. Schön, dass Sie da sind und uns dieses spannende BMBF-WIR-Projekt, also Wandel durch Innovation in der Region, mit dem Namen Elbe Valley vorstellen können. Mit Blick auf die Zeit, zwei Minuten wären ideal. Frau Kahle, bitte. Ja, hallo in die Runde. Können mich alle hören? Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Ich habe die bisherigen Projekte sehr gespannt verfolgt und finde es beeindruckend, was dann Inspiration und Aktivität entlang der Elbe schon am Start ist. Da reiht sich das Elbe Valley Projekt, glaube ich, ganz gut ein. Das Elbe Valley Projekt ist, wie Herr Mayer gerade schon angedeutet hat, ein BMBF-Projekt, und zwar ein Verbundprojekt. Man sieht es hier oben in der Mitte der Folie zwischen der grünen Werkstatt Wendland und dem Landkreis Lüchow-Dampenberg. Wir sind aber viel mehr als das, denn uns geht es ganz ähnlich wie in dieser Veranstaltung eine länderübergreifende Kooperation, und zwar im einzigen Vier-Lände-Eck Deutschlands, nämlich zwischen den vier Land- bzw. Altkreisen, Altkreis Ludwigs Lust, Landkreis Lüchow-Dannberg, Landkreis Prignitz und Landkreis Stendal. Das heißt, wir verbinden ehemals Ost- und Westdeutschland entlang der Elbe miteinander, und uns ist es ein großes Anliegen, quasi eine neue Region zu erschaffen, eine neue Identität zu erschaffen mit der Region Elbe Valley, mit dem mittleren Elbe-Tal. Und unser Ziel ist es, in dieser, wie es oft heißt, strukturschwachen ländlichen Region, gemeinsam einen nachhaltigen Strukturwandel zu gestalten. Und dazu haben wir in den letzten Monaten ganz aktiv Leute mobilisiert und versucht, ein strategisches Aktionsbündnis aufzubauen, haben gerade jetzt durch Corona natürlich ganz viele Digitalveranstaltungen durchgeführt und eine Großzahl an innovativen Ideen zusammengesammelt. Da lief jetzt gerade letzte Woche am Freitag die Frist ab, und wir freuen uns sehr über etwa 40 Ideen. Wir haben noch gar nicht alle gesichtet, aber es sind etwa 40 Ideen eingegangen aus der gesamten Region, wie Akteure aus der Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft, aus Vereinen und Initiativen, aus der Verwaltung diese Regionen gemeinsam mitgestalten wollen. Vielen Dank, Judith Kahle. Das ist wunderbar. Es gibt von den Elblandwerkern das Ideen-Board. Es gibt hier die entsprechenden Werkstätten, wo Projekte gesammelt werden. Ich möchte begrüßen Thomas Warniske an dieser Stelle, gebürtiger Stendaler, auch Projektpartner im Elbe Valley, aber auch langjähriger Geschäftsführer des Innovations- und Gründerzentrums Altmark. Was können Sie sagen zur Zusammenarbeit auch überregional und welchen Nutzen Sie daraus ziehen? Schönen guten Tag auch von mir. Hören Sie mich alle? Können Sie mich hören? Ja? Ja, gut. Ja, das IGZ-Stendal ist in das Wir-Projekt mit eingebunden für den Landkreis Stendal. Wir haben dort auch Kontakte, die wir früher beispielsweise schon mal zum TGZ in Priegnitz, in Wittenberge hatten, wieder intensiviert. Und wir versuchen nun natürlich gemeinsame Projekte zu initiieren, die für alle vier Landkreise, die in dem Projekt mitmachen, von Nutzen sind. Wir haben beispielsweise auch mit dem Altmarknischen Regionalmarketingverein ein Thema, auch zum Thema sowohl Digitalisierung als auch Leerstand im ländlichen Raum. Frau Reckling-Kurz hat das Thema im Luxus der Lehre schon angesprochen. Wir haben diese Probleme, dass es oft auch im ländlichen Raum leerstehende Immobilien gibt. Und dort versuchen wir, Nutzungen zu etablieren, die sowohl die Digitalisierung beinhalten, als auch das Leben und Arbeiten darüber hinaus. Andererseits wollen wir ebenso auch Best-Practice-Beispiele aus den verschiedenen vier Regionen in die anderen Regionen transportieren. Beispielsweise haben wir in der Altmark ein sehr erfolgreich laufendes Mikrokreditprogramm für Existenzgründer und Unternehmensnachfolger, wo es Interesse der anderen Regionen gibt, dieses auch in ihren Regionen zu etablieren. Und so versuchen wir natürlich durch entsprechende Akzente die Zusammenarbeit in diesem großen Raum der vier Länder zu intensivieren und hoffen da auf entsprechende Erfolge. Vielen herzlichen Dank. Hier sehen wir schon ein Bild der Elbe. Ja, das können wir ruhig stehen lassen. Und ich würde an der Stelle noch Ulrich Bär begrüßen, Vater, Vorreiter und Vordenker von Coworkland, so will ich ihn mal nennen. Coworkland ist eine Selbstorganisation von Coworking Spaces im ländlichen Raum, die auch Gründerinnen und Gründer mit sehr viel Expertise unterstützen. Coworkland hat jüngst die Studie für die Bertelsmann Stiftung geschrieben, aber sich auch schon seinerzeit beim Summer of Pioneers engagiert. Und mittlerweile ist Coworkland auch in vielen Bundesländern tätig. Ulrich Bär, wie blicken Sie auf das Elbe Valley, also auch mit Perspektive aus Kiel und dann auch im Hinblick auf diese Achse Hamburg-Berlin? Ich habe eben auf der Karte gesehen, da kann man ja fast mit einem Lineal einen Strich ziehen. Das ist ja genau in der Mitte. Das ist ja eine ganz spannende Achse. Ulrich Bär, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, das sind natürlich ganz, ganz spannende Entwicklungen, auf die wir da schauen, weil es eben, ich glaube, eine völlig neue Form der Regionalentwicklung eigentlich bedeutet, der wir jetzt entgegensehen. Und wir reden, wir machen gerade eine neue Studie, die sich so ein bisschen mehr mit dem Thema Arbeiten, dezentrales Arbeiten, Wandel aus Arbeitgebersicht befasst. Und da ist für uns diese Idee der New Work Regions ganz wichtig. Das heißt, Regionen, die sich so verändern, dass da in Zukunft Formen von Arbeit und hochqualitative Arbeit stattfinden können, die man eben bisher nur in urbanen Centren gesehen hat. Und wir stehen eben vor so einem ganz großen Paradigmenwechsel, der eigentlich vor allem einmal die durch Corona getriebene Dezentralisierung, das haben wir schon vorher gesehen, aber jetzt besonders stark Dezentralisierung der Arbeit darstellt. Und auf der anderen Seite auch, dass das, was wir heute auch so ein bisschen gehört haben, was ja meinetwegen der Sum of Pioneers, das war ja wirklich Arangard, das hatte ja seinen Namen Pioniere auch zu Recht, dass wir sehen, dass das auch getrieben durch Corona jetzt in den Mainstream geht. Das heißt vor allem, dass viel mehr Menschen an diesen neuen Arbeitsformen teilnehmen können. Das heißt, ich sage mal, das digitale Nomadentum, das war halt vorher Freelancern und kleinen Startups und so vorbehalten, inzwischen können daran Angestellte teilnehmen und die werden das auch in großer Zahl tun in Zukunft, weil man gar nicht mehr einsieht, warum kann ich eigentlich nicht da arbeiten, wo es für mich auch schön und angenehm ist. Das war jetzt eine intelligente Überleitung zu der Frage, also ob wir uns vielleicht in der Stadt zukünftig treffen, um was zu verabreden, aber eben digital auf dem Land arbeiten können. Geht die Entwicklung in die Richtung? Ja, absolut, absolut. Also es gibt eine große Änderung der Funktionsteilung Stadt, Land. Also wir werden auch in Zukunft anders auf Stadt und Land schauen, weil eben viele Dinge, die bisher wirklich in der Stadt und auch in den, ich sage mal, den Bürotürmen der Städte stattgefunden haben, dort gar nicht mehr nötig sind. Das heißt, ich sage mal, das erleben wir jetzt schon, die klassische stille Schreibtischarbeit. Dazu fährt kein Mensch mehr anderthalb Stunden oder eine Stunde lang irgendwie ins Büro. Das macht man zu Hause. Das heißt, es verändern sich Funktionen der Bürozentren, wie wir auf dem Land arbeiten. Und darauf müssen sich die Regionen jetzt eigentlich anpassen. Wir als Coburg-Land versuchen, das ganz stark zu tun, indem wir eben wirklich schauen, wie können wir Regionen so verwandeln, dass die auf diesen Wandel auch gut vorbereitet sind. Und ich gebe mal ein praktisches Beispiel, weil eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben Workshops gemacht mit Start-ups und haben die mal gefragt, warum gründet ihr eure hitten Start-ups eigentlich immer irgendwie in Friedrichsheim oder in Eppendorf und nicht auf dem Land? Und die haben gesagt, naja, das würden wir schon tun. Aber es müssten drei Voraussetzungen gegeben sein. Und zwar einmal müsste, wenn wir aufs Land gehen wollten, es müsste ein echt schöner Ort sein. Es muss echt gute Infrastruktur geben. Das heißt, sowohl, meinen Sie damit Internet, aber auch Mobilität, EPNV. Und das Dritte ist, es müssen dort andere Leute sein wie wir. Also like-minded people. Und dieses Dreier-Set, das ist tatsächlich, man denkt, es ist ja eigentlich ganz einfach, aber es ist gar nicht so einfach herbeizuführen. Und da haben wir eben zum Beispiel in Wittenberge mit dem Summer of Pioneers, glaube ich, ein tolles Beispiel geschaffen, wie man das aber doch hinkriegt. Und wo man sieht, wie dann auch die Effekte sind. Wo man aber auch sieht, dass es eben nicht nur um einen Ort geht, nicht nur in Wittenberge, wenn man sich mal anschaut, wie die Pioniere sich da verhalten haben. Die haben den Ort ja auch wieder in die Region hinein verlassen. Das heißt, es geht um Zugänglichkeit, Verkehr. Deswegen diese Achsen ist unheimlich wichtig, schnell hinkommen, schnell wegkommen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, es geht darum, wirklich Regionen gewohnbar und lebenswert zu machen. Ja, ganz viele Impulse, regionalen Standortentwicklungen, viele Wirtschaftsförderungen. Rostock-Land war neulich Beispiel bei einer Anhörung der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Aber auch in Schleswig-Holstein, in Münsterland haben das schon erkannt. Ich möchte an der Stelle nur noch darauf hinweisen, das können wir jetzt leider nicht vertiefen. Coworkland testet mit Dataport Coworking Spaces als Arbeitsorte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Angebot der Landesregierung Schleswig-Holstein an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben in den Coworking Spaces zu arbeiten. Also wir haben wirklich was Kontingentartiges, etwas Flächendeckendes. Und das sind natürlich Überlegungen, die sich auch rund um Berlin beispielsweise als Satellitenring anbieten. Vielen Dank. Wir können das gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen. Wir würden jetzt zu Smart Village Bad Belzig und Wiesenburg kommen, kurz noch da auf die erstaunlichen Entwicklungen eingehen. Ich begrüße Nele Nopper vom Netzwerk Smart Village Bad Belzig und Wiesenburg. Coconut ist ja schon angesprochen worden. Ganz kurz komprimiert. Was ist das Coconut? Was macht das Netzwerk Smart Village? Entschuldigung, ich glaube, mein Internet ist gerade etwas langsam. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Vielen Dank. Jetzt hören wir Sie nicht mehr, aber das hat eben geklappt. Jetzt kommt nicht mehr. Ja, doch. Wir hören Sie. Ja, okay. Wenn du richtig gesagt hast, hören Sie mich? Ja. Ja, okay. Seltsamerweise wurde mir immer angezeigt, dass Sie mich hören, wenn es so schön ist. Genau, wunderbar ist der Bildschirm auch geteilt. Wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, ist der ganze Impuls sozusagen für die ganze smarte Entwicklung im Hohen Fleming ausgegangen vom Coconut. Das Coconut wurde vorher auch von Herrn Jörg Steinbach erwähnt und gelobt. Das ist ein Coworking Space im Hohen Fleming und zwar im kleinen Dorf Kleinruhen, das sich befindet genau zwischen Bad Belzig und Wiesenburg und damit sozusagen auch das Bindeglied zwischen diesen zwei Kommunen ist, was dann das gemeinsame Gebiet unseres Smart Villages ausmacht. Und das Coconut ist, wie gesagt, ein Coworking Space, aber auch ein Retreat-Ort, also Sie nennen das Workation, also eine Mischung aus Work und Vacation. Und dort ist tatsächlich sehr viel kreatives Potenzial. Es gibt viele Kreative aus Berlin, aber auch aus dem Hohen Fleming, die sich dort ansiedeln. Und daraus sind ganz viele Projekte entstanden und auch Unternehmensgründungen tatsächlich. Als ein Beispiel Smart Village Solution GmbH hat sich dort angesiedelt und hat dann auch gemeinsam mit der Stadt Bad Belzig die Bad Belzig App entwickelt. Genau, aber auch viele andere Ansiedlungen und Projekte sind daraus entstanden. Und weil man irgendwann gemerkt hat, okay, da ist jetzt so viel am Laufen und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir eine Klammer hinkriegen, dass wir uns auch gemeinsam in dieselbe Richtung entwickeln, hat man dann eben den Förderantrag für die GRW-Netzwerkförderung gestellt und erfolgreich bekommen. Also das hat dann einer der Initiatoren vom Konrad Janusz Dietrich gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern von Bad Belzig, also Roland Reisegang und Marco Beckendorf, der hier auch in der Runde dabei ist, der Bürgermeister von Hildenburg, in Antrag gestellt. Gemeinsam mit weiteren Aktiven und der Verein ist auch am Wachsen. Inzwischen sind wir von B13 aktive Mitglieder und sehr vielfältige Projekte. Ich würde das mal ganz kurz hier in unserer Übersicht zeigen, die wir jetzt hier neu auf der Website haben, wo wir auch mal sehen, was ist eigentlich unser Schwarm? Also wir sprechen bei unserem Netzwerk immer von einem Schwarm. Wir wollen ein bunter Schwarm sein, der gemeinsam in Richtung Zukunft fliegt sozusagen mit verschiedenen Handlungsfeldern und Schwerpunkten und natürlich auch verschiedenen Strategien und Lösungen, wie wir dort hinkommen, aber alle mit der gemeinsamen Mission, wir wollen die Zukunftsfähigkeit und die Lebensqualität im Hohen Fleming erhalten und verbessern. Und ein Beispiel ist ja eben das Handlungsfeld Wirtschaft, wo sich einige Projekte herumtummeln sozusagen. Das ist zum Beispiel das regionale Online-Warnhaus, an dem Gerrit auch gerade zusammen aktiv mit dem Tourismusverband Fleming und mit der LRG im Fleming arbeitet, um erstmal im Rahmen einer Machbarkeitsstudie um zu gucken, gerade in Zeiten von Corona, was gibt es eigentlich für Potenzial, auch Einzelhandel in der Region noch zu stärken durch ein Online-Angebot. Wir haben hier auch Wiesenburg on Wire, was hier leider ein bisschen falsch platziert ist. Das müsste hier auch viel näher an dem Wirtschafts-Icon sein. Da geht es um die Revitalisierung von Gewerbebrachen im Prinzip, also der Bauerei und der Drahtzieherei in Wiesenburg. Und viele weitere Projekte, auf die ich jetzt in der kurzen Zeit natürlich nicht eingehen kann. Vielen Dank, das ist wirklich das Problem heute. Man müsste eigentlich Bad Belzig und Wiesenburg als einen zweistündigen Termin alleine geben. Es ist erstaunlich, was da passiert ist in einer Region, die eigentlich nur für Landwirtschaft und Tourismus bekannt war, der hohe Fleming, sehr, sehr hübsch und plötzlich eben so eine Initialzündung und so viele Erfolge. An dieser Stelle vielleicht erwähne ich das einfach nur, weil ich sonst immer, Frank Friedrich, sehr viel Raum einräume. Bad Belzig und Wiesenburg sind eben zeitgleich mit Berlin im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden, in der zweiten Förderstaffel BMI, Modellprojekt des Smart Cities und haben da eine Millionenförderung bekommen. Das ist wirklich ein einzigartiger Erfolg. Man muss sich vorstellen, Bad Belzig hat, glaube ich, in der Verwaltung 40 Mitarbeiter, Wiesenburg 20. Das sind alles keine großen Strukturen. Und dann schaffen sie es zeitgleich mit Millionenstädten in Deutschland eine Smart City Förderung zu bekommen. Das ist ein beachtlicher Erfolg. Und genauso ist es Potsdam-Mittelmark als Landkreis gelungen, eine von sieben deutschen Modellregionen zu werden. Smarte Landregionen mit Förderung des Bundesernährungsministeriums, also des Ministeriums von Julia Klöckner. Da ist also sehr, sehr viel passiert. Wenn Frank Friedrich einverstanden ist, würde ich übergeben zu Daniel Menzel. Vielleicht können wir das an anderer Stelle noch mal fortführen. Ja, ich bin da. Hallo, Herr Menzel. Ja, also Tourismusverband Fläming, auch einer der Motoren oder einer der wesentlichen Motoren, weil sie Vorreiter sind und das auch mit Projekten in ganz Deutschland. Das haben Auszeichnungen gezeigt. Deutscher Tourismuspreis. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, wirklich die Tourismusmarketing Brandenburg als ganz wesentlichen Partner. Der Dr. Andreas Zimmer vom Cluster Tourismus aus Brandenburg ist ja auch hier mit in der Schalte. Also Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen, wie wir gesehen haben, Ansiedlungen rund um das Kokonat gehen hier Hand in Hand. Erzählen Sie kurz zum Kreativ-Netzwerk Fläming-Schmiede, Herr Menzel. Ja, ganz kurz. Wir sind erst mal, was ich sagen möchte, wir sind eine länderübergreifende Reiseregion. Wir finden also in Brandenburg und Sachsen-Anhalt statt. Und wir haben 2017 uns entschlossen, basierend auf dem Markenprozess, dass wir uns als Kreativregion positionieren wollen. Und dafür haben wir so als Initialzündung in Deutschland den ersten Crowdfunding-Wettbewerb im Tourismus gemacht, wo es darum ging, Ideen und innovative Projekte zu finanzieren, sich aber auch zu vernetzen und letztlich auch durch Coachings diese Projekte auch auf den Weg zu bringen, marktfähig zu machen. Und das ist uns gelungen. Wir haben dann 2018 dieses Projekt abgeschlossen. Und die Frage war dann, was machen wir jetzt? Weil letztlich haben wir gerade erst angefangen, diese Kreativ-Region Fläming zu entwickeln und wollten dann entsprechend daran ansetzen oder anknüpfen und haben einen auch, genau wie das Smart Village, Nele hat es gerade gesagt, ein Kreativ-Netzwerk gegründet mit GAW-Förderung, was im Prinzip dieses Thema Vernetzung und Produktentwicklung weiter vorantreiben soll in der Region. Und wichtig ist ja auch bei uns im Tourismus, dass hier mehrere Branchen zusammenarbeiten, dass wir eben auch die Kulturschaffenden haben, also alle die, die im Prinzip hier einen Beitrag für den Tourismus leisten, eben nicht nur die Restaurants und die Hotels. Und da ist also inzwischen jetzt ein Netzwerk entstanden aus 22 Akteuren, die im Prinzip aus unterschiedlichen Branchen kommen. Und was mich besonders freut, es ist zwar eine GAW-Förderung von Brandenburg, aber wir haben inzwischen auch zwei Mitglieder aus Sachsen-Anhalt, die, mit denen wir hier zusammen auch arbeiten und weiter kräftig an dieser Kreativ-Region dann auch werkeln. Vielen herzlichen Dank. Ja, also einer der Akteure mit Sitz im Coconut ist Neuland 21, ein Think-and-Do-Tank für das Landleben im 21. Jahrhundert. Und die sind gemeinsam mit Fraunhofer-Jese, City & Bits und der Prognos AG auch in der Begleitung dieser sieben smarten Landregionen. Ich möchte kurz noch Gerald Svarath begrüßen, Leiter des Hauptstadtbüros von Fraunhofer-Jese. Er ist ein ganz langjähriger Begleiter, übrigens auch ein Mitgründer von Smart Country Brandenburg. Die Frage, was tut sich eigentlich in Ostdeutschland bei diesen ganzen digitalen Projekten und Regionen? Vielleicht mal so der Blick aus der Vogelperspektive. Er hat auch ein Buch geschrieben von der Smart City zur digitalen Region. Herr Gerald Svarath, bitte. Ja, vielen Dank, Till. Das ist jetzt irgendwie schwierig, dass ich jetzt nach den ganzen tollen Beispielen das jetzt nochmal wiederholen soll. Also man sieht ja genau, dass es in Brandenburg super läuft. Das liegt an Berlin, aber auch an den Einzelpersonen, dass sich so ein Ökosystem bildet aus politischen, verantwortlichen Wirtschaftsförderern wie dir, die auch schon 2014 mit das Thema gesehen haben und immer gesagt haben, das ist mehr als Breitband. Und so bildet sich in einem Ökosystem, müssen halt mehrere Partner von den Sachen profitieren und dann lebt es. Und so läuft es halt gerade in Brandenburg. Und da kann ich jetzt, also ich kann nicht mehr beitragen, als wir gerade gesehen haben. Es ist halt der schwierige Ansatz aus der Gesellschaft heraus, der ist schwieriger als vielleicht in Berlin. Sorry, Beate, aber da können sich halt Institute, kriegen Fördergelder und gründen ein neues Institut. Und hier bildet sich halt von unten heraus neue Initiativen, brauchen Formate mit der handelnden Politik, um sich auszutauschen und müssen eine gemeinsame Sprache finden und Förderung erhalten. Und dann läuft es, wie es gerade läuft. Vielen herzlichen Dank. Und die Ansätze sind ja wirklich da. Ja, ich habe jetzt ganz aktuell wieder von der Bergsmann Stiftung gelesen, digitales Rathaus in Tangerhütte. Ich möchte noch in den letzten fünf Minuten den Brückenschlag wieder auf die andere Seite der Elbe vornehmen, in das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Wir haben nämlich noch Tobias Kremkau hier dabei, bis vor kurzem für das St. Oberholz am Rosenthaler Platz tätig, jetzt für Coworkland. Er ist gebürtig, kommt aus der Altmark und betreut Projekte in ganz Sachsen-Anhalt. Also wir sind jetzt die Elbe hinaufgegangen und es ist nicht mehr nur die Altmark, sondern es ist ganz Sachsen-Anhalt. Tobias Kremkau, herzlich willkommen. Er hat das Wort. Vielleicht noch kurz den Ton einschalten. So ist es besser. Gut. Wie es passiert. Ich wollte nur sagen, wir haben es jetzt oft schon gesehen, ich gehe da auch gar nicht mehr näher drauf ein. Coworking ist in Sachsen-Anhalt schon lange kein Fremdwort mehr. Die Coworking-Space-Szene hat sich auch da zuletzt sehr gut entwickelt. Man sieht immer mehr Coworking-Spaces im ländlichen Raum auch. Das sind so die letzten Entwicklungen. Im Harz wäre das Wohnzimmer in Wernigerode zu nennen. Aber auch der Bahnhof in Güsen ist zum Coworking-Space umgewandelt worden. Und Stendal, Crevese, da hat man ja schon, glaube ich, sehr schöne Beispiele auch für niedrigschwellige Coworking-Angebote. Es gibt auch viele Gründungsankündigungen. Was mich da freut, ist, dass auch der Trend von kommunalen Coworking-Spaces aufgenommen wird. In Troppenstedt beispielsweise auch ein Cowork-Land-Mitglied, aber auch in Nord-Germas-Lehmann steht gerade ein kommunales Coworking-Space. Und spannend ist aber der Blick, Thea hat das gerade schon gesagt, so die Region Anhalt, das Gegenüber von Fleming, was dort passiert. Da gibt es mit dem Projekt Eva Mosikau ein sehr tolles Projekt, das gewisse Ähnlichkeiten vielleicht zum Summer of Pioneers auch hat, weil es darauf setzt, Leute in den Ort zu holen. Sehr spannend von jemandem aus Berlin initiiert und durch sein internationales Netzwerk. Er hat vorher PR für die Berliner Start-up-Szene gemacht. Auch da vielleicht wieder eine Verbindung zum Summer of Pioneers, dieses PR- und Content-Thema. Er hat jetzt schon über 280 Interessierte, die in den nächsten Wochen sich Wohnungen und Höfe in Dessau und in Mosikau anschauen wollen. Darunter Leute aus Seattle, aus New York, aus London, aus Hamburg und Berlin natürlich. Also eine internationale Aufmerksamkeit, die hier auf die Region Dessau gezogen wird. Ziel ist es, neue Leute heranzuholen, die neue Impulse setzen, aber auch mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, auch den Zugang zu neuen Ideen und Möglichkeiten zu geben. Und wir haben es mit dem Coconut gesehen, aber auch halt in Wittenberge. Kern dieser Initiativen muss ein Ort sein, wo man auch zusammenkommen kann, ein Coworking-Space. Und das soll im nächsten Jahr im Schloss Mosikau jetzt ein Coworking-Café eröffnen. Da gibt es gerade Gespräche auch mit der Kulturstiftung und ich hoffe sehr, dass das klappt. Project EVA auch ein Coworkland-Mitglied. Coworkland selber hat mit Föropolis, ich glaube einer der bekanntesten Kulturen, Veranstaltungsorte in Sachsen-Anhalt und in Berlin sowieso jedem bekannt aufgrund des Meld-Festivals. Wenn Meld ist, ist Berlin leer. Eine Kooperation verabredet. Und wir werden einen Coworkland-Retreat in diesem Sommer machen in Föropolis, um Coworken anzutesten, um sichtbar zu sein, um auch diesen Ort mit seinen Übernachtungsmöglichkeiten effizient auszunutzen. Es gibt Gespräche mit Events wie der Republika, die ja in Berlin noch sehr bekannt ist, aber auch der Utopie-Konferenz der Leuphaner aus Lüneburg, die vielleicht dort gewisse Ableger stattfinden zu lassen, um die Leute ranzuholen, ins Gespräch zu bringen und auch neue Ideen dazu entwickeln. Und wir haben es gerade schon im Set gelesen, das Coworkland hat ein neues Regionalbüro in Wiesenburg oder wird es demnächst haben. Und das ist ja der Fleming, auch die Region, die genau gegenüber von Dessau, von Anhalt liegt. Und hier könnte auch ein sehr toller Brückenschlag zwischen Anhalt und Fleming stattfinden, um in zwei Reallaboren, quasi eins in Brandenburg, eins in Sachsen-Anhalt, gemeinsam an der Zukunft der Arbeit zu arbeiten, die hier zu erforschen. Und ja, wir haben das jetzt mal Arbeitstitel Workhouse Dessau genannt, auf quasi linkselbig. Aber ich freue mich darauf, wenn es da auch zu Kooperationen kommt, wie ja heute Morgen auch erst mal zwischen den Wirtschaftsförderungen beschlossen wurde. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Das klingt ja nach einem Summer of Iron Island, so ungefähr, was da in Feropolis passieren könnte. Wenn ich richtig informiert bin, ist das auch irgendwie vor zwei Arbeitstagen erst beschlossen worden und festgemacht worden. Also wirklich eine Neuigkeit, über die berichtet werden kann. Und ja, da zeigt sich, wie viele Ansätze es doch in der Breite gibt. Wir sind jetzt 11.50 Uhr und haben damit eine Punktlandung gemacht für ein mögliches Schlusswort, was vorgesehen war. Herr Heinzfelder, Herr Dr. Kamrad, Sie würden nochmal zu Wort kommen. Wir haben ganz viele Leute angesprochen, mehr als Breitband, viele Bottom-up-Initiativen gehört. Und gesehen, dass zumindest schon aus der Altmark, aus dem Luxus der Lehre und in the middle of nischt ein Sehenshoffsort geworden ist. Ja, Herr Heinzfelder. Ja, vielen Dank. Ich darf erst mal starten mit einem ganz großen Dankeschön an Sie, lieber Herr Mayer. Denn das war eine Kunst, uns heute Morgen da durchzubringen. Bei der ganzen Qualität der vielen, vielen tollen Projekte, muss ich sagen, ein ganz großes Dankeschön an Sie, an Ihr Team. Aber danke auch an Ihre Moderation, hier auch die Punktlandung Richtung 12 Uhr hinzubekommen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört und was mich auch sehr freut, ist, hier immer noch 82 Teilnehmer zu sehen. Wir sind heute Morgen mit rund 90 Teilnehmern gestartet und ich denke, es spricht für die Qualität des Austausches, den wir hatten, wenn wir nach zwei Stunden immer noch 82 Teilnehmer in diesem Austausch haben. Ich habe viel gelernt. Es war unheimlich inspirierend und mit Steffen Kamrad hat mich ja auch verbunden, die Frage, Mensch, wie bauen wir das eigentlich auch in Zeiten von Corona? Und ich muss offengestanden sagen, es war heute Morgen so ein kleines Experiment, aber ich denke, es ist uns gelungen, hier auf diesem Weg dieses WebEx-Meeting auch zu haben. Dafür einmal mehr. Danke auch für die Bereitstellung soweit der Plattform, aber danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern soweit für diese tollen Projekte. Wir sind nach dem Summer of Pioneers im letzten Jahr erst mal bei uns auch gestartet und ich schaue so ein bisschen auch rüber zu Carla Rickling kurz. Wir haben ja erst mal so ganz klassisch auch die Übung gemacht des Mappings. Stichwort eben auch Sachsen-Anhalt bzw. die tollen Projekte auf die Karte zu bringen. Es war für mich gerade auch wieder sehr inspirierend zu sehen, wie toll Tobias Kremkow sich jetzt auch in Sachsen-Anhalt engagiert. Vielen Dank, lieber Herr Kremkow. Wir kommen da gerne auf Sie zu. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall, Steffen, hier von diesen guten Impulsen, die wir heute gehört haben, diese vielen spannenden Projekte, das ist für uns Ansporn. Davon sollten wir uns weiter anspornen lassen. Und wir möchten gerne seitens der Landeswirtschaftsförderung, da kann ich nur für die IMG reden, aber ich denke, Steffen, das wird auch in deinem Sinn sein, also weiter diese gemeinsame Karte über diesen gemeinsamen Raum. Ich habe heute auch gelernt, New Work Region fand ich einen sehr, sehr schönen Begriff von dieser New Work Region eben auch weiter uns inspirieren lassen. Und Nele Nopper hat eigentlich einen sehr schönen Begriff gesetzt bzw. sehr schöne Aussage auch getroffen. Das ist ein bunter Schwarm, der gemeinsam in Richtung Zukunft fliegt. Ich denke, dass das ein sehr, sehr schönes Bild ist. Das behalte ich mir auf jeden Fall von diesem Morgen auch ganz fest bei mir im Kopf. Worauf möchten wir hinaus? Ich denke, Community ist erst mal auch ganz wichtig, sich weiter hier auch zu vernetzen, soweit über die Landesgrenzen hinweg. Heute Morgen sollte dafür eben auch erster Startschuss gefallen sein. Ich denke, das ist gelungen. Und von Seiten der IMG kann ich nur sagen, wir möchten alles dafür tun, gemeinsam auch mit den Brandenburger Kollegen diese vielen tollen Projekte auch künftig stärker noch in den Ballungszentren, Stichwort Berlin, aber auch Hamburg, gerne auch in anderen Städten wie Hannover oder Leipzig auch mal bekannt zu machen. Wir haben da noch eine kleine Wegstrecke vor uns, aber ich denke, gemeinsam wird es uns gelingen. Ich danke allen Teilnehmern, vor allen Dingen den Vortragenden hier für die tollen Projekte. Ich schaue zu Christian Lase auch rüber. Ein tolles Projekt. Also vielen Dank. Ich wusste es nicht. Und insofern hat es heute Morgen auch eine ganze Menge mir an zusätzliche Erkenntnis gebracht. Und seien Sie versichert, das Team der IMG und ich, wir möchten diese tollen Ansätze sichtbar machen und weiter nach vorne bringen. Und ich denke, Steffen, gemeinsam mit deinem Team, gemeinsam mit euch, da wird es gelingen. Wir freuen uns über diese tolle Partnerschaft. Und wenn wir heute Morgen hier ein Stück Papier unterschrieben haben, dann weiß ich, Steffen, es wird zwischen euch und uns nicht nur ein Stück Papier bleiben, sondern wir werden das leben. Dazu war der Spirit, den wir da im letzten Jahr auch hatten, viel zu gut. Und wir freuen uns da einfach weiter auf die Kooperation mit euch. Ja, danke Thomas. Dem schließe ich mich zu 100 Prozent an. Ich möchte mal so sagen, nach dem heutigen Vormittag habe ich nicht bereut, dass wir heute Morgen unterschrieben haben, über Landesgrenzen hinweg, die wir an der Stelle auch wirklich gar nicht brauchen, in die große Digitalkommunity, in die große Kreativcommunity mit hineinzugehen und zu gucken, wo wir unterstützen können. Ein Feuerwerk an Beispielen. Und ich freue mich auch, wenn ich immer im Chat nebenbei gesehen habe, wie auch andere Teilnehmende hier dieser Runde sich bedankt haben, dass sie neue Impulse bekommen haben. Genau das ist eigentlich Sinn, was wir uns vorgenommen haben, zu schauen, wie wir sie noch besser zusammenbekommen können und dann Stück für Stück rauszufiltern, wie wir unterstützen können. Und da, glaube ich, haben wir auch wirklich ganz viel Zukunft vor uns. Ich muss sagen, es war dann noch mal ein sehr schöner, furioser Abschluss von Tobias Kremkow mit dem Beispiel Mosikow-Dessau und dem Hinweis auf die Internationalität. Auch das ist uns ganz wichtig. Im Grunde alte Denkschemata auf dem Land ist es rückwärts gewandt und geht es langsamer und international wissen Sie gar nicht, was wir mit anfangen sollen. Und wir erleben, dass es zum Teil nicht genau entgegengesetzt ist. Es ist nur die Frage, ob sich Akteure und Akteure hinstellen und sagen, wir machen etwas daraus. Und ich glaube, da steckt so viel Zukunft für unsere gesamte Region dahinter, dass sich das lohnt, das auch gemeinsam weiter anzugehen. Bedeutet für mich, wir sind am Ende dieser Veranstaltung und am Beginn des Gemeinsamen, was vor uns liegt. Und ich glaube, das wäre auch unser Herzenswunsch, dass es heute ein Startschuss ist, in so einer und sich weiterentwickelnden und gerne größer werdenden Runde weiter voranzutreiben. Wir sehen uns, wenn wir uns wieder physisch besser und vor Ort sehen können, an unterschiedlichen Orten. Ich freue mich, um es auch aufs Schloss, wo ich komme, das mal zu sehen. Das kenne ich mich noch nicht. Ich freue mich auch, wenn wir wieder zu Audio Hermann nach Wittenberge kommen oder nach Bad Belsig oder nach Stendal. Da ist noch ganz viel vor uns, was wir tun können. Und ich gebe zu, da gebe ich Thomas ein, wo der Rechte ein bisschen überlegt, na, schauen wir mal, wie in der Corona-Zeit so eine Reaktion ist. Aber dass die Digital-Community natürlich jetzt nicht nur ein großes Problem hat, mit uns diese Videokonferenz zu machen und das auch bis zum Ende immer noch 77 dabei, das ist ein gutes Zeichen. Wir werden jetzt nicht aufhören. Wir werden das Thema weitermachen. Und ganz zum Schluss noch eine Frage, Tim Meyer. Es gibt jetzt noch einen Community-Talk, auf den wir vielleicht noch hinweisen sollten. Die Community-Talkt weiter, richtig. Und wir haben auch gesehen, wie viel Potenzial die Elbe-Region hat. Das geht ja noch weiter. Also man kann auch Folgeveranstaltungen hier planen und angehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen allen, alles Gute. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, digital oder real, auf jeden Fall in bester Laune. Vielen Dank. Genau, danke schön. Vielen Dank.